Neues vom Känguru Mit Marc-Uwe Kling Ich habe über einen Preisausschreiben einer Augenlaser-Klinik gewonnen. Zwei Gutscheine für ein Essen im Dunkelrestaurant. Der fast blinde Kellner führt das Känguru und mich zu unserem Platz in einem völlig abgedunkelten Speisesaal. Wir setzen uns. Man sieht ja gar nichts, sagt das Känguru. Das ist ja der Witz, sage ich. Bist du noch da? fragt das Känguru und gleich darauf schrubbt eine Pfote über mein Gesicht. Ey, lass das! schimpfe ich. Soll ich das mal bei dir machen? Ich greife über den Tisch ins Dunkle. Ah, mein Auge! schreit das Känguru. Ich kann nichts mehr sehen, ich bin blind, du hast mich blind gemacht. Ich kann auch nichts sehen, sage ich. Das ist ja der Witz. Ich höre, wie das Känguru in seinem Beutel kramt. Plötzlich explodiert die Sonne vor meinen Augen. Schreie ich, ich bin blind! Erbost nimmt der Kellner dem Känguru die High-Energy-Taschenlampe weg, mit der es mir direkt in die Augen geleuchtet hat. Ich kann nichts mehr sehen, rufe ich. Nur tanzende, leuchtende Flecken. Das ist ja der Witz, sagt das Känguru. Kurze Zeit später wird das Essen serviert. Ich schiebe die erste Gabel an meine Nase. Darf ich mal deins probieren? fragt das Känguru. Ja, sage ich. Mach. Sagt das Känguru. Irgendwie glipschig und das hier fühlt sich an wie Salat. Ey, rufe ich, patschst du da mit deiner Pfote in meinem Essen rum? Äh, nein, sagt das Känguru. Schweigend lauschen wir den Essgeräuschen der anderen. Wenn du auf eins verzichten müsstest, sagt das Känguru, reden, hören oder sehen, auf was würdest du verzichten? Das ist einfach, sage ich. Aufs Hören. Warum? Dann müsste ich dein Geschwätz nicht mehr ertragen. Ach ja? sagt das Känguru. Und ich würde liebend gern aufs Sehen verzichten, um deine Hackfresse nicht mehr ertragen zu müssen. Ich finde, du solltest lieber aufs Reden verzichten, sage ich. Dann müsste ich nicht aufs Hören verzichten. Ich finde, du solltest aufs Sehen verzichten, dann müsste ich nicht... Nee, Moment mal. Nee, du solltest auch aufs Reden verzichten oder aufs Hören. Weißt du was, sage ich. Ich verzichte auf gar nichts. Du musst aber... sagt das Känguru und schlägt dabei wild mit seinen Pfoten in die ungefähre Richtung, aus der es meine Stimme zu hören glaubt. Muss ich gar nicht, sage ich und schlage wild zurück ins Dunkle. Irgendwenn erwischen meine Schläge auch. Ob es das Känguru ist, kann ich natürlich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Wenige Augenblicke später jedenfalls ist der gesamte Saal in Aufruhr und es folgt die größte Massenkeilerei im Dunkeln, seit die Orks Moria überfallen haben. Heimlich stehlen das Känguru nicht uns davon. Als wir nach draußen kommen, fällt das Känguru auf die Knie, küsst den Boden und schreit... Ich kann wieder sehen! Ich seufze. Und ich kann dich leider immer noch hören. Wir haben schon lange nichts mehr zusammen gemacht, sagt das Känguru in vorwurfsvollem Ton. Du meinst seit gestern? Frage ich. Was willst du denn machen? Kino! Sagt es. Was denn? Ein Blockbuster. Och nee, sage ich. Dann meckerst du wieder jedes Mal, wenn die amerikanische Flagge im Bild ist. Also quasi die ganze Zeit. Nee, mach ich nicht, versprochen. Sagt das Känguru. Pionierehrenwort. Als wir am Abend so weit sind, die Wohnung zu verlassen, nimmt das Känguru den Müllbeutel aus dem Mülleimer. Was machst du denn da? Frage ich. Das machst du doch sonst nie. Doch. Sagt das Känguru. Wohl. Zehn Minuten später händigt uns der Junge im Kartenhäuschen des Multiplex-Kinos unsere Tickets aus. Nebst einem Haufen Flyer, Gutscheinheftchen, Programminformationen und Werbung für Restaurants im Umkreis von 100 Kilometern. Das Känguru nimmt den Stapel entgegen. Oh, vielen Dank. Sagt es. Ich habe Ihnen hier auch etwas von meinem Müll mitgebracht. Und es stopft den Müllbeutel so weit wie möglich durch die kleine Öffnung in der Glasscheibe des Kartenhäuschens. Du wolltest ja gar nicht ins Kino gehen. Sag ich. Du hattest dir nur diesen Spruch ausgedacht und wolltest... Na und? Unterbricht mich das Känguru. Lass uns nach Hause gehen. Der Film ist bestimmt eh scheiße. Und wahrscheinlich sieht man in jeder zweiten Einstellung die amerikanische Flagge. Was machst du da? Fragt das Känguru. Ich halte ihn. Siehste doch. Sag ich. Du seilst dich mit Bergsteigerausrüstung vom Balkon ab? Eben. Sag ich. Und lasse mich noch ein Stück weiter hinunter. Also gut. Sagt das Känguru. Ich formuliere meine Frage um. Warum machst du das? Na, ich will nach unten. Ach so. Sagt das Känguru. Am Balkon der Nachbarin von unten bleibe ich fast an den Blumenkästen hängen. Das Känguru beugt sich über unser Balkongeländer. Verzeih, wenn das folgende vielleicht sehr dumm ist. Aber darf ich fragen, warum du nicht einfach die Treppe benutzt? Ich will jeden Tag etwas Besonderes machen. Sag ich. Denn etwas Besonderes a day keeps the blues away. Das ist meine Philosophie. Ich dachte, deine Philosophie ist, dass du dir vornimmst, nichts zu machen. Ich habe das noch weiterentwickelt. Jetzt nehme ich mir nicht mal mehr was vor. Daran gemessen ist diese Aktion aber reichlich extravagant, oder nicht? Glaubst du etwa, ich habe mir das vorgenommen? Ich lasse mich treiben. Du hattest also die spontane Eingebung, dich vom Balkon abzuseilen? Fragt das Känguru. Na und? Frag ich zurück und lasse mich vorsichtig noch einen Stockwerk hinunter. Und was machst du, wenn du unten bist? Ich muss aufs Bürgeramt was beantragen und dann wollte ich noch kurz in den Supermarkt. Spannend. Sagt das Känguru. Ja, aber an heute werden wir uns trotzdem noch lange erinnern. Heute wird für immer der Tag sein, an dem ich mich vom Balkon abseilte. Um eine Wartenummer zu ziehen und Toilettenpapier zu kaufen, sagt das Känguru. Und doch wird dieser Tag ein Sieg sein gegen die Tyrannei der Tristesse, sage ich. Gegen die Monotonie der Maschine, gegen die Routenplanung der Routine, gegen die Gleichförmigkeit der Tage. Bringst du mir Schnappspralien mit? Ruft das Känguru, als ich im Hof das Bodenpflaster berühre. So hat jeder seine Mittel und Wege, mit dem Leben klar zu kommen, murmelig. Was? Ruft das Känguru von oben. Ist gut, schreie ich. Aber nicht die Billigen. Kannst du heute mal bezahlen? Fragt das Känguru nach dem Essen. Heute? Frag ich. Mal? Frag ich. Ich muss immer bezahlen, weil du nie Geld mitnimmst. Tja, sagt das Känguru lächelnd. So ist das in der Welt. Der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld. Ja? Aber vielleicht hat der andere irgendwann keine Lust mehr, den einen durchzufüttern. Welcher andere? Fragt das Känguru. Na ich. Sag ich. Ach du immer mit deinem Ich. Ich, 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 ich. Wie in deinen Geschichten. Ich wache auf, ich gehe ans Telefon, ich sage, ich frage, ich denke, ich will. Willst du damit kritisieren, dass ich nur ich Erzählergeschichten schreibe? Nein, nein. Sagt das Känguru. Jeder, wie er es kann. Das ist halt am einfachsten. Ich kann auch die Erzählperspektive wechseln. Sagt Mark-Uwe aufgebracht. Jetzt bist du der Erzähler. Ich schüttel den Kopf, stecke heimlich den Aschenbecher des Restaurants in meinen Beutel und sage, das ändert doch nichts. Immer noch schreibst du als ich Erzähler. Das Beuteltier regt mich echt auf. Will mir vorschreiben, wie ich zu schreiben habe. Pah, ich sage ihm doch auch nicht, wie es zu hüpfen hat. Der Käsekuchen sieht lecker aus. Ich kannte mal eine, die zwanghaft jeden Gedanken, den sie hatte, sofort ausgesprochen hat. Zum Glück dachte sie nicht so viel. Hm, mein Bein ist irgendwie eingeschlafen. Aua, was war das? Aua. Hallo, McFly, jemand zu Hause? ruft das Känguru und klopft mir auf den Kopf. Was soll das sein? Innerer Monolog, immer noch Ich-Perspektive. Mark-Uwe stützte. Kein Problem, kein Problem. Die Kritik an seinem Werk hatte die Aufmerksamkeit des braunhaarigen, mittelgroßen, feingliedrigen jungen Mannes so in Beschlag genommen, dass ihm darüber entging, dass das Känguru diese Kritik nur formuliert hatte, um geschickt davon abzulenken, dass es mal wieder nicht bezahlen konnte. Als Mark-Uwe dies endlich begriff, hatte das Känguru das Café schon längst unauffällig verlassen. Pech für das Känguru, denn die hübsche Kellnerin spendierte allen Gästen einen Käsekuchen aufs Haus. Dann kam wieder der verrückte Billionär vorbei und verteilte 500-Euro-Scheine. Ich kann das jeden Tag zwei Stunden machen und habe trotzdem jeden Abend mehr Geld als am Morgen, sagte er zu Mark-Uwe. Irre, nicht? Man muss den Kapitalismus einfach gern haben. Jetzt hör doch mal an, sage ich, während wir von der ruckelnden U-Bahn durchgeschüttelt werden. Mit dir rede ich nicht, keift das Känguru. Zwischen uns sitzt ein kleiner dicker Mann in einem beigen Anzug, der eine kleine runde Brille auf der Nase hat und ein bisschen wie ein zu groß geratener Hamster aussieht. Ich sage zu ihm, könnten Sie dem Känguru bitte sagen, dass ich mich bereits entschuldigt habe? Wer, ich? fragt der Mann erstaunt. Na, wer denn sonst? Frage ich. Mit mir redet es ja nicht. Es tut mir leid, sagt er zu mir. Ich glaube, ich möchte mich da nicht einmischen. Ist ja klar, sage ich. Sie sind also auch auf seiner Seite. Nein, dann verstehe ich nicht, warum Sie mir nicht diesen kleinen Gefallen tun können, sage ich. Jetzt zuckt der Mann auch noch genau wie ein Hamster mehrmals mit seinem Näschen und rückt danach seine Brille wieder zurecht. Dann sagt er zum Känguru. Der Herr hier neben mir lässt ihn ausrichten. Er habe sich bereits entschuldigt. Das Känguru wendet sich so zackig zu meinem Boten, dass dieser fast aufspringt. Aha, und der Herr meint wohl das Reiche. Dann ist alles wieder gut. Ey, Jesus, Judas hier, hab dich nicht erreicht, deswegen quatsch ich dir hier auf die Mailbox. War irgendwie uncool von mir mit den Silberstücken und den Römern und so und die Nummer mit dem Kreuz. Na ja, tut mir leid, schwamm drüber, tschüssi. Aber so funktioniert das nicht, sagt das Känguru. Das können Sie dem Herrn ausrichten. Das Känguru meint, das Reiche nicht, sagt der Mann zu mir. Sagen Sie bitte dem Känguru, wenn dem so sei, könne es mir den Buckel runterrutschen. Der Herr meint, das müsse reichen, sagt der Mann zum Känguru. Na dann ist ja alles gesagt, sagt das Känguru. Das Känguru sagt, dann sei alles gesagt, sagt der Mann. Ich hab's gehört, sage ich. Bin ja nicht taub. Aber Sie werden auch zugeben, dass es sich absolut lächerlich benimmt. Würden Sie sich in seiner Situation so kindisch verhalten, sicher nicht. Ich weiß ja gar nicht, was passiert ist, sagt der Mann. Das geht Sie auch nichts an, sage ich schnippisch. Wir kennen uns doch gar nicht. Der Mann zuckt mit seiner Nase und schiebt seine Brille zurück. Ganz schön aufdringlich, sagt das Känguru. Wir fragen Sie doch auch nicht über Ihr Privatleben aus. Nehmen Ihre Kinder Drogen, geht Ihre Frau fremd, werden Sie von Ihren Arbeitskollegen nicht ernst genommen, frage ich. Na hören Sie mal, sagt der Mann. Na hören Sie mal, äfft das Känguru ihn nach und zuckt mit seiner Schnauze. Ich bin ein Hamster, ein Hamster. Nack, 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 nack. Der Mann steht auf und setzt sich auf einen einzelnen freien Platz am anderen Ende des Waggons. Das war ganz schön gemein, sage ich. Meinst du? Fragt das Känguru. Ich finde, du könntest dich entschuldigen, sage ich. Das Känguru steht auf. Neben dem kleinen, dicken Mann sitzt eine kleine, dicke Frau. Das Känguru setzt sich neben sie. Die Frau hat ein winzig kleines Näschen und kleine, treu doofe Kulleräuglein. Das Känguru stupst sie an. Ey, Meerschweinchen. Können Sie bitte dem kleinen, dicken Mann sagen, dass es mir leid tut, dass ich ihn ein Hamster genannt habe? Vor fünf Jahren hatte ich einen Flug im Internet gebucht. Äußerst günstig, versteht sich. Wir fliegen von Berlin-Schönefeld nach Berlin-Tegel. Durch den Frühbucherrabatt war der Flug ein Euro billiger als S-Bahn zu fahren. Als wir das Ticket für die S-Bahn zum Flughafen lösen, beschleicht mich der unangenehme Verdacht, irgendeinen Denkfehler gemacht zu haben. Am Flughafen gibt es zufällige, verdachtsunabhängige Intensivkontrollen und wie immer wird zufällig, verdachtsunabhängig, ausgerechnet das Känguru kontrolliert. Weil ich zufällig, verdachtsunabhängig, nicht so unverdächtig, weiß, mitteleuropäisch aussehe? Fragt es. Exakt, brummt der outgesourcete, lohngedammte Sicherheitsdienstleister. Und nun? Fragt das Känguru. Was willst du von mir, Mann ohne Eigenschaften? Lernen Sie mal bitte Ihren Beutel. Wahnsinn, was es immer alles dabei hat. Kurt Cobins Tagebücher, eine Hängematte, ein Schlauchboot, eine Mao-Bibel, rote Boxhandschuhe, diverse Aschenbecher, zwei Packungen Schnapspralinen, mein MP3-Player. Ach, guck an, sag ich, mein MP3-Player. Das Känguru zuckt mit den Schultern. Ach, mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Dann jetzt noch den Beutel aufs Band, bitte, sagt der Mann. Das Känguru blickt ihn verwirrt an. Das, das, das geht nicht, sagt es konsterniert. Den Beutel bitte aufs Band, wiederholt der Mann. Der ist, der ist angewachsen, sagt das Känguru. Der Beutel, sagt der Mann nochmal überdeutlich. Muss aufs Band. Seine Kollegin versucht mit einer Übersetzung weiter zu helfen. Please put the Beutel on the band. Das Känguru zieht mehrmals an seinem Beutel, macht dabei quietscht Geräusche und sagt überdeutlich umgenervt. Angewachsen, geht nicht. Der Beutel muss aufs Band. Wo sind die Vorschriften? brummt der Mann. Das ist entwürdigend, ruft das Känguru eine Minute später vom Band, kurz bevor sein Kopf in der Durchleuchtemaschine verschwindet. Also ich kann nichts erkennen, murmelt die Frau hinter dem Bildschirm. Wir müssen das nochmal machen, sagt sie zum Känguru, als es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und drehen Sie den Beutel bitte nach oben. Das Känguru schnaubt böse, hüpft vom Band, stampft wieder zurück und legt sich nochmal andersherum drauf. Kann ich schon durchgehen, frage ich. Schuhe aus, Hut ab, Jacke weg, Gürtel auf, Pullover runter, sagt der Mann. Als das Känguru wieder ganz in der Maschine drin ist, hört man seltsame Geräusche und plötzlich ist das Bild auf dem Monitor verschwunden. Der Kopf des Kängurus wird unter dem schwarzen Gummivorhang vorgeschoben. Und was meinen Sie, Doktor? fragt es im fatalistischen Tonfall eines Emergency Room Statisten. Ist es was Schlimmes? Ich habe mich derweil komplett ausgezogen und frage, ist gut so oder soll ich noch die Haare wegrasieren? Das Känguru hatte angeboten, mich zu meinem Auftritt in einem Dorf irgendwo in Brandenburg zu fahren. Es hat meine Kreditkarte genommen und den dicksten Geländewagen gemietet, den es auftreiben konnte. Hinter dem Steuer macht es einen sehr angestrengten Eindruck und hat nun schon zum dritten Mal abrupt die Straße verlassen. Oder sagen wir lieber die Matsch-Trasse, von der das Känguru behauptete, sie sei eine Erbkürzung zur Autobahn. Was ist denn los? frage ich das Känguru. Ich kann nicht Auto fahren. sagt es. Was? frage ich. Ich habe meine Führerscheinprüfung abgebrochen, weil ich rechts vor links nicht akzeptieren wollte. Wie? Warum rechts vor links? Warum nicht links vor rechts? Sogar in Australien gibt es links vor rechts und das Heimatland meiner Vorfahren kann sich sonst nicht gerade einer sehr fortschrittlichen Politik rühmen. Was? Da muss man doch mal drüber reden. Wie? Ich meine, wenn wir eins aus der Frauenbewegung gelernt haben, dann ist es doch, dass sich Unterdrückungsmuster schon in der Sprache manifestieren. Was? Liebe Leserinnen, sagt das Känguru mit großem I. Wie? Hast du einen Hänger? fragt das Känguru, während es mit immer größerer Geschwindigkeit über die Motocross-Piste heizt. Soll ich dich mal auf den Hinterkopf hauen? Was? Das Känguru haut mir auf den Hinterkopf. Ey! Sag ich. Dekonstruktivismus, sagt das Känguru. Kenn ich, sag ich. Na also, rechts vor links, das ist ein reaktionär-konservatives Unterdrückungsmuster manifestiert in der StVO. Was? Ich meine, warum rechts vor links? Warum nicht links vor rechts? Warum? Weiß nicht, sag ich. Das hat mein Fahrlehrer auch gesagt. Das konnte ich so nicht akzeptieren. Dann bin ich trotzdem zuerst gefahren. Konsequent, sag ich. Ich meine, warum heißt es recht haben und nicht link haben? Hm, sag ich. Warum ist ein rechtes Ding positiv konnotiert und ein linkes Ding negativ? Hm. Warum spricht ein Richter nicht link? Hm. Wahrscheinlich, weil er ein rechter Sack ist, sagt das Känguru und bekommt gerade noch so die Kurve. Möglich, sag ich. Trotzdem will ich jetzt fahren. Wir stehen am Hauptbahnhof. Das Känguru muss mal. Ich muss auch. Allerdings nicht aufs Klo, sondern nur davor warten. Nach einer Minute kommt das Känguru zurück. Ist dir klar, dass die meisten Krisentheorien des Kapitalismus, die den baldigen Zusammenbruch vorhersagen, daran kranken, dass sie unterschätzen, wie viele einst wertfreie Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens noch der kapitalistischen Verwertungskette anheimfallen können, um solchermaßen die Krisentendenzen durch eine quasi erneute ursprüngliche Akkumulation abzuschwächen? Fragt das Känguru. Ich seufze. Brauchst du Geld fürs Klo? Frage ich. Ich sehe, wir verstehen uns. Wir rattern gemütlich in einem alten Zug über die deutsch-österreichische Grenze zurück nach Hause. Plötzlich wird unsere Abteiltür recht unwirsch aufgerissen. Polizeikontrolle, zeigen Sie mal Ihre Ausweise, verlangt ein Mann. Zeigen Sie doch mal Ihren Ausweis, sagt das Känguru und legt seine Mau-Mau-Karten zur Seite. Kann ja jeder hier durch den Zug laufen, unfreundlich sein und behaupten, er sei Polizist. Dabei ist Unfreundlichkeit anscheinend eine notwendige, aber doch keinesfalls hinreichende Bedingung. Wie bitte? Fragt der Mann verwirrt. Nun sehen Sie. Versuche ich zu erklären und lege ebenfalls meine Karten beiseite. Zum Beispiel das Känguru hier ist oft sehr unfreundlich. Deswegen ist es ja aber noch lange nicht Polizist. Ich verstehe immer noch nicht. Na, wenn ich mir Sie so angucke, sage ich, würde ich behaupten, es ist zu clever. Jetzt stellen Sie mal den Tratsch ein und zeigen Sie mir Ihren Ausweis, sagt das Känguru. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Der Mann kramt in seinen Taschen. Einen Moment, gleich habe ich ihn. Der muss hier irgendwo sein. Ich bin mir ganz sicher, dass ich den eingesteckt habe. Das Känguru rollt mir den Augenblick, verärgert auf sein Handgelenk und seufzt dabei genervt. Es hat zwar gar keine Uhr um, aber die Geste erfüllt trotzdem ihren Zweck. Das gibt es doch nicht, sagt der Mann. Ich war mir sicher, den hier in der Innentasche. Also normalerweise habe ich den immer hier in der Innentasche. Ja, ja, sagt das Känguru. Hören Sie auf, hier Märchen zu erzählen. Verloren, zu Hause vergessen, der Hund hat ihn gefressen. Was glauben Sie, wie oft ich mir das schon anhören musste? Was wollen Sie überhaupt überprüfen, frage ich. Ob hier jemand Mozartkugeln schmuggelt? Hier, hier, ruft der Mann plötzlich Erlös. Ich habe ihn gefunden. Und er zeigt uns seinen Dienstausweis. Na bitte, sagt das Känguru. Geht doch. Warum nicht gleich so? Nächstes Mal, junger Mann, halten Sie Ihren Ausweis griffbereit. Zeit ist Geld, Geld ist knapp. Ja, nächstes Mal können wir Sie nämlich nicht so glimpflich davon kommen lassen, füge ich noch hinzu, während das Känguru unwirscht die Abteiltür zwischen uns und den Beamten wieder schließt. Das Känguru hüpft vor dem Reichstag auf und ab und hin und her. In seinen Pfoten hält es ein Schild, auf dem in großen Lettern geschrieben steht, Ihr dient dem Volk und nicht der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Deshalb macht euch darauf gefasst, wegen Insubordinationen belangt zu werden. Wie so oft stehe ich nur dumm daneben. Als ich gerade beschließe, mich ein paar Meter weiter wegzustellen, um im Fall der Fälle einfach so tun zu können, als wäre auch ich Tourist, kommen schon zwei Polizisten auf mich zu. Ist das Ihr Känguru? fragt der Kleine mit dem Schnauzer. Psst, sage ich beschwörend. Nicht so laut, Sie wissen ja nicht, wie sehr es diese Frage hasst. Ich frug, ist das Ihr Känguru? wird der Polizist lauter. Nicht, sage ich, es ist sein eigener Herr. Zu spät. Das Känguru hüpft herbei und zieht den beiden das Pappschild über die Birne. Dabei wollten die Polizisten doch nur wissen, was Insubordination bedeutet. Am Ende des Gerichtsverfahrens sagt der Richter zu mir, ich verurteile Sie wegen Vernachlässigung Ihrer Sorgfaltspflicht als Tierhalter zu einer Geldstrafe von 500 Euro. Faschist, ruft das Känguru völlig außer sich. Scheißklassenjustiz. Bringen Sie Ihr Känguru dazu, das Gericht zu respektieren, ruft der Richter aufgebracht. Es ist nicht mein Känguru, sage ich seufzend. Es ist da wirklich sehr heikel, wenn es um Besitzverhältnisse geht. Wie könnte ich dieses Gericht respektieren, wo ich es doch nicht mal anerkenne? Und wie könnte ich es anerkennen, wo es mich nicht anerkennet? ruft das Känguru und beginnt zu skandieren. No justice, no peace, fuck the... Ruhe, ruft der Richter. Respekt. Kein Respekt für Scheiße, ruft das Känguru und zitiert dann Tucholsky. Ich habe ja nichts gegen die Klassenjustiz. Mir gefällt nur die Klasse nicht, die sie macht. Schalalala. Mit hochrotem Kopf ruft der Richter mir zu. Ich verdopple wegen erneuter Vernachlässigung Ihrer Sorgfaltspflicht als Tierhalter Ihre Geldstrafe auf 1000 Euro. Die Geschichte wird mich freisprechen, ruft das Känguru. Es ist nicht mein Känguru, sage ich verzweifelt. Es wird von niemandem beherrschen, das kann sich ja nicht mal selbst beherrschen. Es gibt hier vor Gericht gewisse Regeln, wie man sich zu benehmen hat, ruft der Richter. Sorgen Sie ähnlich dafür, dass Ihr Känguru sich benimmt. Es interessiert mich nicht, welche Regeln sich der Kapitalismus gegeben hat, ruft das Känguru. Das Ziel muss nach wie vor in der völligen Überwindung desselbigen liegen. Dann beginnt es links radikale Punk-Lieder zu singen. Oh je, seufz ich und lege den Kopf auf die Anklagebank. Das wird teuer. Ein Rudel halbstarker jagt uns grüllend um den Block. Rucksack und Wertgegenstände habe ich schon fallen gelassen, was jubelnd zur Kenntnis genommen wurde. Musste das sein, frage ich das Känguru im Rennen. Ich lasse mich doch nicht blöd anpöbeln, sagt das Känguru und macht dabei so große Sprünge, dass ich Schwierigkeiten habe mitzukommen. Da bist du lieber morgen die Schlagzeile im Berliner Kurier oder was, frage ich außer Atem. Eine leere Bierdose trifft mich am Hinterkopf. Zum Glück ist diesen doofen Assis Flaschenbier zu teuer, sagt das Känguru. So darfst du die dich nennen, japse ich. Man muss das differenzierter sehen. Die sind auch nur Opfer ihrer Umstände. Wer ist das nicht, fragt das Känguru lapidar und weicht geschickt einer weiteren Bierdose aus. Was ist schon die direkte physische Gewalt Einzelner gegen die omnipräsente strukturelle Gewalt der Gesellschaft, frage ich und entledige mich meines Mantels. Man muss sich doch mal die Frage stellen, wer ist hier Täter, wer Opfer? Bleibt stehen, ihr Opfer, brüllt der Anführer der Jugendlichen uns hinterher. Die für ihren Teil haben diese Frage offensichtlich schon durchdiskutiert und sind zu einem für uns ungünstigen Ergebnis gekommen, keucht das Känguru. Sie reproduzieren nur den Zwang und die Gewalt, die ihnen angetan werden, rufe ich. Ja genau, faucht das Känguru schwer atmend. Sie sind zu stumpf, um über ihre Lage und die Gründe dafür zu reflektieren und sich angemessen revolutionär zu verhalten. Wir rasen um die Ecke. Aber man kann den doch nicht zum Vorwurf machen, hechle ich, dass ihnen durch eine verfehlte Bildungspolitik verwehrt wird, zu dieser Reflexionsstufe vorzudringen. Der erste Stein zischt knapp an meinem Ohr vorbei. Hör dich doch nur an, ruft das Känguru. Du machst dich ja zum Apologeten der Tumpheit. Natürlich ist niemand selbst schuld, wenn er im Schlamm geboren wird. Aber doch trägt er eine gewisse Verantwortung, sich daraus zu befreien. In die U-Bahn. Wir rennen die Treppen hinunter. In den vordersten Wagen, ruft das Känguru. Kurz vor dem Schließen der Türen schaffen wir es hinein. Unsere Verfolger hechten sich in den Wagen hinter uns. Die Bahn ruckelt los. Durch die Scheibe zwischen den Waggons starren wir uns an. Wie alt sind die? Frage ich verwundert. Zwölf? Was machen die da? Wundert sich das Känguru. Filmen die uns mit ihren Handys? Im Dunkeln sahen die irgendwie älter aus, sage ich und halte mir die Seite. Irgendwie gefährlicher. Der Wagen hält. Das Känguru holt die roten Boxhandschuhe aus seinem Beutel. Jetzt bekommen Sie noch mehr Gewalt zum Reproduzieren. Ich hole mein Handy aus der Tasche und aktiviere die Videokamera. Die Türen öffnen sich. Es ist ein Teufelskreis. Er seufzt sich kopfschüttelnd, als ich auf die Rekordtaste drücke. Wissen Sie, es ist diese latente Gewaltbereitschaft, die in jedem zweiten seiner Sätze mitschwingt, die mich so verstört. Dieses Brutale. Damit kann ich nicht umgehen, sage ich. Aha. Und dieses Känguru, fragt mein Psychiater. Hören Sie nur dessen Stimme oder können Sie es auch sehen? Was ist denn das für eine blöde Frage? Natürlich kann ich es auch sehen. Das wohnt ja bei mir. Aha. Und dieses Känguru, fragt der Psychiater. Springt das vielleicht gerade hier im Zimmer herum? Natürlich nicht, sage ich. Sehen Sie hier etwa ein Känguru? Nein, sagt der Psychiater. Sicher nicht. Aber warum ist es jetzt gerade nicht hier? Es hat gesagt, eine Therapie ist nur was für Systemopfer. Es habe keine Psychomacken und ich solle ruhig allein zum Kopfdoktor. Aha. Und gerade diese Art von Zurückweisung, damit kann ich nicht umgehen. Aha. Aber was glauben Sie, warum haben Sie dieses Känguru im Kopf? Ich habe das nicht nur im Kopf, beschwere ich mich. Sie glauben mir wohl nicht. Doch, doch, sagt der Psychiater und lacht. Ich lebe ja selbst mit einem Gnu zusammen. Zur nächsten Sitzung bringe ich das Känguru mit, drohe ich. Ja, hervorragend, sagt er lachend. Bringen Sie doch auch noch den Faselhasen mit und ich frage den verrückten Hutmacher. Und dann macht man eine nette Thee-Gesellschaft. Eine Woche später. Wir sitzen im Vorzimmer. Ich weiß echt nicht, was ich hier soll, mault das Känguru. Ich bin ja hier nicht das Systemopfer mit der Psychomacke. Genau darum geht es, sag ich, um diese Art von Zurückweisung. Ich denke, es wird uns beiden gut tun, wenn wir mal offen darüber reden mit einem unparteiischen Schiedsrichter. Ist mir unklar, wie der unparteiisch sein soll, wenn du den bezahlst, sagt das Känguru. Du kannst gerne die Hälfte bezahlen, sag ich. Das wäre ja noch schöner, meckert das Känguru. Der Psychiater öffnete die Tür. Ah, Herr Kling, erschüttelt mir die Hand. Ich habe schon Tee aufgesetzt. Wie geht es dir nun zum Kängur? Fragen Sie es doch selbst, sag ich. Mit offenem Mund starb der Psychiater das Känguru an. Jetzt fragen Sie das Känguru doch schon, wie es ihm geht, sag ich. Welches Känguru? fragt der Psychiater angespannt. Ich sehe keinen Känguru, nein, ich sehe keinen Känguru, aber es steht doch hier, hier neben mir. Nein, nein, da steht niemand. Der hat ja einen Kopfdoktor noch nötiger als du, sagt das Känguru. Wie, was? fragt der Kopfdoktor. Ich habe nichts gesagt, sag ich. Sie wissen natürlich, dass Sie sich das nur einbilden mit diesem Känguru, sagt mein Psychiater. Kneif ihn mal, flüstere ich dem Känguru ins Ohr. Das Känguru steht auf und geht auf den Psychiater zu und kneift ihm kräftig in die Backe. Aua! schreit der Psychiater und springt auf seinen Sessel. Etwas hat mich gekniffen. Etwas tritt ja gleich in den Arsch, wenn du dich weiter aufführst wie ein Irrer, sagt das Känguru. Sehen Sie, frage ich. Genau diese latente Gewaltbereitschaft, die in jedem zweiten Satz mitklingt, die meine ich. Ist dir schon aufgefallen, dass es in dem ganzen Buchladen hier gar keine Romane mehr gibt, fragt das Känguru. Ja, dafür gibt es Ratgeber für alles und jeden, sage ich und halte willkürlich ein Buch in die Luft. Hier, der Titel lautet Hilfe, ich lebe mit einem vorlauten Känguru zusammen. Ach, sagt das Känguru. Ich glaube ja nicht, dass man durch diese Ratgeber was lernen kann. Sag das nicht, sage ich. Als ich noch kleiner war, habe ich mir mal einen Ratgeber gekauft. Über Nacht zum Millionär. Die Börse und der neue Markt. Und mein Papa hat mir sein ganzes Erspartes gegeben, weil er in einem Ratgeber gelesen hatte, dass man seine Kinder in all ihren Unternehmungen unterstützen solle. Und dann? Fragt das Känguru. Innerhalb von nur zwei Monaten. Alles weg. Das Känguru staunt. Telekom, Siemens, Cargo-Lifter, sage ich. Das Känguru blinzelt. Aber der Ratgeber, sagt es. Ich verstehe nicht, wo der Lerneffekt lag. Na, ich bin zwar nicht über Nacht zum Millionär geworden, sage ich. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich nichts gelernt hätte. Das Känguru nickt. Schweinesystem. Ich lasse meinen Blick durch den Laden schweifen. Die Regale sind thematisch in fünf Schwerpunktgebiete unterteilt. Du bist zu hässlich, du bist zu dumm, du bist zu arm, du bist zu schlecht im Bett und du bist generell nicht gut genug. Guck mal hier, sage ich und halte ein neues Buch in die Luft. Das ist doch toll. Der Ratgeber, Ratgeber. So schreiben Sie einen Ratgeber. Ich drehe das Buch um und lese den Klappentext. Wie die vier apokalyptischen Reiter fallen Flexibilisierung, Entfremdung, Sicherheitsverlust und Erfolgsdruck über die Postmoderne her und hinterlassen unter den Trümmern der Tradition eine zutiefst verunsicherte, orientierungs- und ratlose Gesellschaft. Unerreichbare, massenmedial verbreitete Idealbilder von Schönheit, Coolness und Glück machen die Krise des eigenen Selbst zu einem Automatismus. Profitieren auch sie vom Klima der Angst. Schreiben Sie jetzt einen Ratgeber. Ach, sagt das Känguru und winkt ab. Ohne ein weiteres Wort hüpft es aus dem Buchladen hinaus. Als es weg ist, stecke ich heimlich den Ratgeber über das vorlaute Känguru unter mein T-Shirt. Vielleicht steht ja doch was Nützliches drin. Nee, mach ich nicht, sagt das Känguru. Wieso nicht, frage ich verärgert. Wenn du hier Mitglied wirst, können wir die DVDs umsonst ausleihen. Das Känguru schüttelt den Kopf. Seit zwei Stunden sind wir schon in dieser Videothek, weil das Känguru Geburtstag hat und gerne einen Videoabend machen möchte. Es war schon ein Drama, uns auf die Filme zu einigen und jetzt noch das. Ich weigere mich, sagt das Känguru. Ich werde nirgends Mitglied. Ich will ihm keine Kundendatenbank. Ich will nicht, dass der Staat weiß, welche Filme ich gucke. Ich blicke auf die DVDs in meiner Hand. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und das Krokodil und sein Nilpferd. Du willst nicht, dass der Staat weiß, dass du Bud Spencer-Filme guckst, frage ich und meine Augenbraue zieht sich nach oben. Es geht ums Prinzip, sagt das Känguru. Ich bin unsichtbar. Ich zahle zum Beispiel auch nie mit Karte. Du gehst ja, soweit ich weiß, sogar noch einen Schritt weiter, sag ich anerkennend und bezahlst überhaupt nie. Ich bin unsichtbar, sagt das Känguru. Ich bin nirgends gemeldet. Ich sammle keine Meilen, bin nicht im Känguru-VZ und habe auch keinen Amazon-Wunschzettel. Ich bin unsichtbar. Laidu bittet die Filme über deine Karte aus. Ich muss sie aber bezahlen, sag ich. Das ist es mir wert, sagt das Känguru. Tu mir doch den Gefallen, weil ich heute Geburtstag habe. Du hast doch gar nicht wirklich Geburtstag, rufe ich. Das Känguru feiert nämlich jedes Jahr an einem anderen, zufällig gewählten Tag Geburtstag, um die Geheimdienste zu verwirren. Du machst dich immer über meine Unsichtbarkeit lustig, sagt das Känguru. Aber nur bis sie dich verhaften. Natürlich nicht, weil du dir zum zehnten Mal die fetten Jahre sind vorbei ausgeliehen hast, sondern weil deine Steuererklärung Unregelmäßigkeiten aufweist. Natürlich nicht, weil du dir das anarchistische Kochbuch bei Amazon bestellt hast, was ja in sich schon eine Hirnrissigkeit sondergleichen darstellt, sondern weil du illegal Musik herunterlädst. Macht doch jeder, sag ich. Genau, sagt das Känguru. Das ist ja überhaupt der Witz hinter dieser Kombination aus totaler Überwachung und der vorsätzlichen Kriminalisierung ganzer Bevölkerungsschichten durch neue Copyright-Gesetze oder Drogenverordnungen oder was auch immer. Natürlich kann und wird man nicht jeden verhaften, der sich eine CD brennt, aber man könnte, wenn einer nervt. Und warum haben sie dich da noch nicht verhaftet, frage ich. Weil ich eben keine Spuren hinterlasse, sagt das Känguru. Ich bin unsichtbar. Ich verdrehe die Augen. Aber es ist doch völlig unmöglich, keine Spuren zu hinterlassen, sage ich. Dann hinterlass falsche, sagt das Känguru. Das ist noch besser. Immer wenn ich an einer Kasse nach meiner Postleitzahl gefragt werde, gucke ich auf die Uhr und hänge noch eine Null dran. Uhuhu, sage ich. Respekt. Da hast du dem System aber was zum drüber nachdenken gegeben. Das Känguru hat Hunger und wir gucken noch kurz bei McDonalds vorbei. Ich hätte gerne einen Wopper, sagt das Känguru. Den Kind zähl nicht, sagt der Jugendliche mit der Kappe. Sie können einen Hamburger haben, einen Cheeseburger oder vielleicht einen McRib. Ich hätte gerne einen W-H-O-P-P-E-R, wiederholt das Känguru für Dumme. Tut mir leid, sagt der Junge. Aber wie gesagt, gibt's sowas bei uns nicht. Sie müssen sich ein Produkt aus der Karte über mir aussuchen. Ach so, sagt das Känguru. Ich hätte gerne einen Wopper. Hören Sie, sagt der Junge. Sie sind hier bei McDonalds. Wopper, 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 sagt das Känguru. Wopper gibt's hier nicht, wird der Junge lauter. Die gibt's nur beim Burger King. Dann gehst du eben zum Burger King und holst mir einen Wopper, Bursche, ruft das Känguru. Langsam verliert es seine Kontenanz. Jetzt geben Sie dem Känguru schon endlich seinen Wopper, versuche ich schlicht und in den Streit einzugreifen. Es ist mein gutes Recht, hier einen Wopper zu bekommen, schnaubt das Känguru. Alle bekommen hier ihren Wopper. Es ist nicht einzusehen, dass ich, nur weil ich zufälligerweise ein Känguru bin, hier keinen Wopper erhalten soll. Ich möchte Sie bitten, jetzt zu gehen, sagt der Junge. Ich möchte Sie bitten, mir jetzt meinen Wopper auszuhändigen, sagt das Känguru. Ich rufe den Sicherheitsdienst, sagt der Junge und sein Finger liegt schon auf einem roten Knopf. Ich bleibe hier stehen, bis Sie mir meinen mir rechtmäßig zustehenden Wopper aushändigen, sagt das Känguru. Na bitte schön, sagt der Junge und fragt einfach den Nächsten in der Schlange. Was darf's bei Ihnen sein? Ich hätte gerne ein Wopper-Menü, sage ich. Der Junge drückt den Knopf. Sofort stürmen zwei Männer auf uns zu. Sie sind kaum fähig, sich zu artikulieren, aber sie wurden in schicke Uniformen gesteckt, auf denen die Insignia der Wichtigkeit prangt. Six-Jurie-Tee. Das Känguru schreit. Ein Idiot in Uniform ist immer noch ein Idiot. Gleich darauf werden wir brutal zur Tür hinaus gedrängt. Gut entbrannt hüpft das Känguru hinfort. Ich folge. Was hast du denn jetzt vor? Frage ich. Dann gehen wir eben zu Burger King, sagt es. Und seine Augen verengen sich zu wild entschlossenen Schlitzen und bestellen uns einen Big Mac. Wir sind wie Fische, die den See leer saufen, in dem sie schwimmen, lallt das Känguru. Wir sind wie Fische. Wiederholt es nochmal, dann kippt es nach hinten vom Barhocker. Die zwei Männer neben uns sind aufgesprungen. Lass es liegen, gröle ich. Das kommt schon wieder hoch. Ich schlage auf meine Armbanduhr. Kitt, Kumpel, ich brauche dich hier. Macht das Känguru, ohne die Augen zu öffnen. Zwei Minuten vorher. Hast du früher eigentlich Knight Rider geguckt? Lallt das Känguru, während es von der Theke runtersteigt. Klar, sage ich und kippe noch einen Schnaps. Warst du also echt David Hasselhoff-Fan oder was? Fragt das Känguru und kippt mit. Quatsch, rufe ich empört. Ich habe das geguckt wegen dem Automann. Wegen Kitt. Das Känguru zieht an seiner Zigarre, blickt sich suchend um und flucht. Wieso gibst du hier keine Arschenbecher? Scheißladen. Ich packe mich selbst am Genick und hebe meinen Kopf wieder von der Theke. Und warst du denn auch auf einem Hasselhoff-Konzert? Fragt das Känguru. Näh, sage ich verächtlich. Aber wenn das Auto ein Konzert gegeben hätte, da wäre ich hingegangen. Ich trinke einen Schluck. Wow, wow, wow. Imitiere ich die klassischen Kitt-Geräusche. Wow, wow. Verstehst du? Angewidert hole ich mein Handy aus meinem halbvollen Bierglas. Ach, ich glaube diese Zivilisation hat sich überlebt. Wir sind wie Fische, sagt das Känguru. Was? Fünf Minuten vorher. Freiheit, ruft das Känguru und steigt auf den Tresen. Ihr fragt mich, was Freiheit ist. Ich versuche darauf hinzuweisen, dass keiner gefragt hat. Komm aber nicht durch, denn... Freiheit ist nicht erreichbar zu sein, ruft das Känguru und lässt mein Handy in mein halbvolles Bierglas fallen. Das schöne Bier, murmelig. Süße Freiheit, ruft das Känguru. Ich stolpere zur Musicbox. Zum Refrain des Liedes springt das Känguru auf die Theke und singt aus tiefster Seele. I've been looking for freedom. Drei Minuten vorher. Genau, und wer ist schuld daran? Flucht das Känguru und gönnt sich einen großen Schluck Bier. Beiläufig steckt es den Aschenbecher in seinen Beutel. Der Kapitalismus. Rate ich ins Blaue hinein. Genau. Ruft das Känguru und schiebt mir sein Handy hin. Im Kapitalismus geht das perfekte Produkt, nämlich einen Tag nach Ablauf der Garantiezeit kaputt. Ist kaputt? Frag ich. Weißt du, was ich an dir mag? Frag das Känguru. Du stellst immer so scheißintelligente Fragen. Da merkt man gleich, dass einer mitdenkt. Du mein Bestes, sag ich. Das glaube ich, sagt das Känguru. Drum will ich dir jetzt einen Gefallen tun. Weißt du, was Freiheit ist? Nee. Gib mal dein Handy. Aber nicht kaputt machen. Großes Pionierehrenwort, sagt das Känguru. Sechs Stunden vorher. Kommst du noch kurz mit in die Kneipe? Fragt das Känguru. Aber nur kurz, sag ich. Ich stehe im überschaubaren Getümmel dessen, was sich in Berlin ein Weihnachtsmarkt schimpft, und reibe meine Hände. Das Känguru kommt von irgendeiner Bude zurück. Was isst du denn da, Seltsames? Frag ich. Das Känguru zuckt mir in den Schultern. Irgendeine Art Wurst. Sagt es. Ja, aber was für eine Wurst? Der Magen einer Sau, die Gedanken einer Frau und der Inhalt einer Wurst bleiben ewig unerforscht. Sagt das Känguru. Wie bitte? Frag ich. Wo hast du denn den Spruch her? Irgendwo aufgeschnappt. Das Känguru schiebt sich den Rest seiner Wurst in den Mund, macht einen Satz nach vorne und landet in einem vom Räumdienst aufgehäuften Schneeberg. Es kichert. In einiger Entfernung hört man einen Kinderchor singen. Das Känguru steht auf, schüttelt den Schnee aus seinem Fell auf meinen Mantel und sagt, All diese Weihnachtslieder kommen ja so harmlos daher, aber wenn man mal ideologiekritisch rangeht... Oh ja, bitte! Sag ich. Zum Beispiel Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Reinste Leistungsgesellschaftspropaganda. Ach ja? Klar, pass auf. Die Story, alle Rentiere machen sich über Rudolf lustig und lassen ihn nicht mitspielen, dann kommt der Weihnachtsmann und benutzt ihn als Frontscheinwerfer und plötzlich finden ihn alle super. Moral, nur wer Leistung bringt und eine Funktion erfüllt, hat Anspruch darauf, ordentlich behandelt zu werden. Ich mag Weihnachtslieder, sage ich. Mein Papa hat uns immer Kling, Glöckchen, Klingelingeling vorgesungen. Das fand er total witzig. Weil wir Kling heißen, verstehst du? Meine Mutti hat mir immer Morgen, Kinder, wird's nichts geben von Erich Kästner vorgesungen. Kenn ich nicht, sage ich. Das Känguru singt mit brüchiger Stimme. Morgen, Kinder, wird's nichts geben, Nur wer hat Krieg noch geschenkt? Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist's noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Allerdings nur nebenan. Was ist los? Fragt es plötzlich. Nichts, sage ich und wische mir eine Träne aus dem Auge. Nichts. Diese Nase ist furchtbar, beschwert sich das Känguru. Ich weigere mich, sie aufzusetzen. Vielleicht wird es dich lehren, keine dummen Wetten mehr einzugehen, sage ich, während wir durch den Schnee stapfen. Außerdem wäre es noch viel bescheuerter, wenn ich das Rentier spielen würde. Das Känguru flucht leise und bindet sich die rote Nase um. Das ist entwürdigend, sagt es. Und das Blinken irritiert mich total. Aber es ist doch bald Weihnachten, sage ich. Dann muss man doch den Leuten helfen. Pah, sagt das Känguru. Jesus hat auch nie jemandem geholfen. Ah ja, frage ich. Und was ist mit dem Einmal, wo er seinen Mantel geteilt und die eine Hälfte diesem Bettler gegeben hat? Ja, das, sagt das Känguru. Aber sonst? Und was ist mit dem Einmal, wo er dieses Mädchen in dem Schloss aus seinem 100-jährigen Schlaf wachgeküsst hat? Frage ich. Und was ist mit dem Anderenmal, als er diese Arche gebaut hat? Ja, das, sagt das Känguru. Aber wann hat Jesus außer mit dem Mantel und der Arche und dem Wachküssen jemals jemandem geholfen? Na da, wo er den Menschen das Feuer gebracht hat, rufe ich, und dafür von den Taliban an den Hindukusch gekettet wurde. Was ist damit? Ja, das, sagt das Känguru. Oder als er in einem Raumschiff mit einer Atombombe zu dem Asteroiden, der auf die Erde zurast geflogen ist und sich dann für uns geopfert hat. Was ist damit? Frage ich. Oder nee, das war jemand anderes. Der Typ mit Glatze. Gandhi, sagt das Känguru. Genau. Inzwischen sind wir angekommen. Ich werfe den roten Bademantel über, setze die rote Zipfelmütze auf, zupfe meinen Wattebad zurecht und klopfe an der Wohnungstür. Ein kleines Mädchen öffnet. Hinter ihr steht unser Freund Friedrich Wilhelm und zwinkert uns zu. Darf ich auf deinem Rentierrücken reiten? fragt das Mädchen das Känguru. Das Känguru seufzt. Und singst du Rudolf the Red-Nosed Reindeer? Warum tue ich das nochmal? fragt das Känguru. Weil du nach dem siebten Glühwein behauptet hast, dass die Heiligen Drei Könige Weihrauch, Myrrhe und Benzingutscheine gebracht hätten und Fritz Willi hier gesagt hat, wetten das nicht, sage ich. Ah ja, richtig, sagt das Känguru. Voll der gute Grund. Wir liegen bei fast 30 Grad am Meer und die Sonne brutzelt uns kross. Das Känguru hat zwei Wochen Urlaub springen lassen, da es mit Klingeltönen ein Vermögen gemacht hat. Ich lasse Sand durch meine Finger rieseln und summe. Dum, 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 dum. When she walks, it's like a stumble. Sag mal, der Vietnamkrieg war doch von 64 bis 75, frage ich einer spontanen Eingebung folgend. Ja. sagt das Känguru, welches mit einem Sombrero auf dem Kopf in einer Hängematte liegt und an einem Cocktail nippt. Die heiße Phase jedenfalls. Ziemlich genau 33 Jahre her, sag ich. Oder? Ja. sagt das Känguru. Braucht man keinen Taschenrechner für. Ich hab bei Wikipedia gelesen, dass Kängurus so circa 15 Jahre alt werden, sag ich. Was willst du denn damit sagen? fragt das Känguru und richtet sich auf. Nix. sag ich. Ich mein ja bloß. Du meinst ja bloß, schnappt das Känguru. Was willst du denn damit andeuten? Nix, nix, vergiss es, sag ich. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann klugscheißer, redet sich das Känguru in Rage. So Leute, die haben einmal in ihrem Leben ein Buch angefasst, einmal haben sie ins Internet geguckt und schon halten sie sich für super schlau. Nee, ist mir ja nur aufgefallen und versuche ich einzuwenden, aber das Känguru ist nicht mehr zu stoppen. Willst du hier Jahrzehnte antifaschistischen, antiimperialistischen Kampfes in den Schmutz ziehen? Nein, entschuldige, sag ich kleinlaut. Schon mein Großvater hat im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco gekämpft, ruft das Känguru. Willst du dich auch über ihn lustig machen? Nein, ich will mich ja gar nicht. Mann, echt, jetzt musst du uns hier den Urlaub versauen, das kotzt mich an. Mann, schreit das Känguru. Beruhig dich doch, sag ich. Ich frug ja nur. Frug? Willst du mich verarschen? Du, ich sag dir, statistisch gesehen trennen sich die meisten Paare im Urlaub. Das sagt die Statistik. Das kannst du ja mal bei Wikipedia nachschlagen. Wir sind doch gar kein Paar, sag ich. Was? ruft das Känguru. Natürlich sind wir ein Paar, Mann, wie dick und doof oder wie Stan und Olli oder wie Laurel und Hardy, sag ich. Genau, sagt das Känguru. Ich hebe meinen Kopf leicht an und blicke an meinem Liegestuhl hinunter. Ich bin aber nicht dick, sag ich. Nee, doof bist du, ruft das Känguru. Doof, 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 dass du uns hier den Urlaub versauen musst. Bist selber doof, sag ich. Ich hab die Schnauze voll, sagt das Känguru und springt aus der Hängematte. Ich geh jetzt Jetski fahren. Kommst du mit? Haben eigentlich alle Kängurus Beutel? Bursche, ruft das Känguru drohend. Schon gut, schon gut, sag ich. Ich komm ja mit. Bäh, was für ein Pisswetter, sag ich. Das hast du schon mal gesagt, sagt das Känguru. Es hüpft mit dem Regenschirm neben mir her. Jedes Mal, wenn Tier und Schirm einen Satz nach vorne machen, werde ich wieder nass. Ich könnte jetzt so schön zu Hause sitzen und aus dem Fenster gucken, sage ich. Nichts da, sagt das Känguru. Die Demonstration wartet nicht. Hättest du für die Veranstaltung nicht wenigstens einen Tag mit besserem Wetter wählen können? So ein Unsinn, sagt das Känguru. Ich habe natürlich extra einen Tag gewählt, bei dem mir der Wetterdienst schlechtes Wetter garantiert hat. Das Känguru hat beim zuständigen Amt eine Großdemonstration gegen Staat, Kapital und das schlechte Wetter angemeldet. Wir biegen um die nächste Ecke zum Versammlungsplatz. Eine Hundertschaft Polizisten steht im Regen und sichert die umliegenden Banken, aber... Es ist keiner gekommen, sage ich betrübt. Ich klopfe dem Känguru aufmundend auf die Schulter. Das ist nur wegen dem Wetter, sage ich. Jetzt ist es bestimmt wieder so furchtbar enttäuscht. Scheiß Wetter, rufe ich laut und recke die Faust. Nieder mit dem Scheiß Wetter. Das Känguru jedoch ist ungebrochen gut gelaunt und hüpft auf das Kaffee an der Ecke zu. Verdunzt halte ich inne. Komm schon, ruft das Känguru. Wir trinken einen Kakao und gucken zu, wie die Polizei nass wird. Ich habe den Tisch direkt am Fenster reserviert. Wir laufen quer über den Alexanderplatz. Wir sind schon fast an der Weltzeit-Uhr vorbei, da winkt uns ein Mann zu sich. Can you please take a picture from us? fragt er lächelnd in wackeligem Englisch und zeigt auf sich und seine Familie. Yeah, why not? sagt das Känguru schulterzuckend. You look funny. Es holt eine Wegwerfkamera aus seinem Beutel, knipst und steckt sie wieder ein. No, no, sagt der Mann with my camera. Ach, das Känguru seufzt. Nee, na komm schon, sage ich. Das Känguru schüttelt seinen Kopf. I can do it, biete ich dem immer noch lächelnden Mann an. Er nickt und ich nehme die Kamera. Okay, frage ich. Der Mann blickt kritisch auf das kleine Display. No, with the TV tower, please. Okay. Okay. No, the whole tower, please. That is impossible. It is too big. No, you go back, please. Ich gehe zehn Schritte zurück. No, no, you go more back. Ich seufze und lasse die Kamera sinken. I can do it, sagt das Känguru. Der Mann nickt. Das Känguru hüpft back, more back, much more back. Schließlich hüpft es um eine Straßensecke und ist verschwunden. Die Familie lächelt immer noch fürs Foto. Nach ein paar Sekunden hört der Vater auf zu lächeln. Will it come back? Fragt er. The Känguru. Also, sage ich, nach umfassenden Studien meinerseits zum Verhalten dieses Beuteltieres würde ich die Chancen für das Eintreffen des von Ihnen angefragten Ereignisses als gegen Null tendierend einstufen. What? I don't think so. Eine halbe Stunde später finde ich das Känguru wieder. Die Aktion vorhin war witzig, was? Fragt es und hält die Kamera in die Höhe. Komm, ich zeig dir was noch Witzigeres. Es hüpft auf einen Passanten zu und reicht ihm die Kamera. Can you please take a picture from us? Fragt es. Der Mann nickt und nimmt die Kamera. Lauf! Flüstert mir das Känguru zu und hüpft los. Ich renne hinterher und wir verschwinden schnell um zwei Straßenecken. Das verwirrt die Leute immer total, sagt das Känguru fröhlich. Seit geraumer Zeit sitze ich in der Eckkneipe bei Hertha an der Theke auf einem Barhocker und warte. Es gibt so eine und solche und da gibt es noch ganz andere, aber die sind die Schlimmsten, sagt Hertha. War? Mhm, sage ich. Aus der Musicbox leiert I've been looking for freedom. Ich habe das Lied gewählt. Es ist das Beste der Sammlung. Arbeiten macht Spaß, aber auch Stunden Spaß kann ich einfach nicht vertragen, sagt Hertha. War? Mhm, sage ich. Endlich setzt sich das Känguru neben mich an den Tresen und sagt Ich habe absolut keinen akzeptablen Grund dafür, dass ich zu spät bin. Äh, aha, sage ich. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich werde deshalb nicht schlecht schlafen. Äh, schon okay, sage ich. Ich fahre eine neue Strategie, sagt das Känguru. Entwaffnende Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer damit umgehen kann, sage ich. Das weiß ich auch nicht, sagt das Känguru. Morgensstund hat Jolt im Mund, wer lange schläft, bleibt auch gesund, sagt Hertha. War? Mhm, sage ich. Es gibt so noch solche und es gibt so noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten, sagt das Känguru. Meine Rede, sagt Hertha. Ich schlage mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Das Känguru signalisiert Hertha mit zwei Fingern, dass es einen Schnaps will. Lieber ein bisschen mehr, aber dafür was Jute, sagt Hertha und schenkt ein. War? Seufste, stirbste, seufste nicht, stirbste hoch, sagt das Känguru. Also seufste, sagen sie zusammen. Das Känguru trinkt seinen Schnaps. Ich muss dann auch schon wieder los, sagt es. Was macht's? Eine Mark und 40 Cent, sagt Hertha. Mein lieber Herr, ihr Sangsverein, sagt das Känguru. Mit das Bezahlen verplempert man das meiste Geld, sagt Hertha. Was? Mhm, sage ich. Kannst du heute mal bezahlen, fragt mich das Känguru. Keine Haare auf den Kopf, aber ein Kam in der Tasche, sagt Hertha. Was? Krieg gleich was vor den Bahnhof, das hier Siegstüge entgleißen, sagt das Känguru. Noch ein Wort, und ich hau dir auf den Kopf, das du durch die Rippen kieks wie der Affe durchs Jitter, ruft Hertha. Aus irgendeinem Grund muss ich plötzlich an The Secret of Monkey Island denken. Wenn du lang wärst, wie du doof bist, könntest du kniend aus der Dachrinne saufen, erwidert das Känguru. Du denkst ja vielleicht, du bist hart, aber ich bin Hertha, sagt Hertha. Das Känguru kichert, stupst mich an und flüstert. Sie hat's schon wieder gesagt. Ich reiche Hertha das Geld. Naja, nix so unjuts, sagt Hertha. Iwo, sagt das Känguru. Iwo. Es gibt eben Sohne und solche, und dann gibt's noch Jens andere, aber das sind die Schlimmsten, sag ich. Das Känguru fährt mir mit einem Einkaufswagen in die Hacken. Es sitzt im Einkaufswagen und grinst. Der Trick dabei ist folgender. Er sucht sich einen leeren Gang und nimmt Anlauf. Wenn es ungefähr 30 Stundenkilometer drauf hat, lässt es den Wagen los, beschleunigt auf ca. 40 Stundenkilometer und springt in den ihm vorauseilenden Einkaufswagen. Dann duckt es sich und hält sich die Pfoten vor die Augen. Nochmal, ruft das Känguru. Hast du schon den Fairtrade-Kaffee gefunden, frage ich. Ah ja, Kaffee, sagt das Känguru. Ich dachte gerade, es muss doch irgendeinen Grund geben, dass wir hier sind. Handlungsloch. Fußnote 1. Handlungsloch, Komma das. Englisch, Plothole. Logisch nicht erklärbarer und oder völlig unmotivierter Sprung in einer Storyline. Man kennt diesen Kunstgriff aus Filmen, zum Beispiel mit Vin Diesel. Wir sitzen hinter Gittern, in einem mexikanischen Knast. Plötzlich stupft mich das Känguru an. Guck mal. Es deutet auf unseren Aufseher. Der sieht ja aus wie Mario. Wie wer? Mario. Nintendo. Ein Licht geht mir auf. Super Mario, ja stimmt. Mario kommt ans Gitter und schimpft uns auf Spanisch an. Was hat er gesagt? fragt das Känguru. Weiß nicht, sage ich, wahrscheinlich hat er erzählt, wie er mal auf einen umherlaufenden Pilz gehüpft ist und dafür 100 Punkte bekommen hat. Das Känguru fängt an zu lachen. Mario wird noch böser. Er schimpft. Was hat er jetzt gesagt? fragt das Känguru. Er will wissen, wo Luigi ist, sage ich und fange auch an zu lachen. Mario schimpft jetzt nicht nur, er gestikuliert auch wenig. Sag ihm, dass wir nicht wissen, wo Luigi ist, sagt das Känguru. No sabemos, don de esta Luigi, sage ich. Unser Aufseher wird noch lauter. Ay caramba, pendejo, salama, tada, 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 jetzt hör mal, sagt das Känguru. Wir finden es ja super toll, dass du die Prinzessin befreit hast, aber wir würden jetzt gerne schlafen und zumindest mein Freund hier kennt die Geschichte auch schon, denn er hat damals das fünfte Level geknackt. Buenas noches. Der Aufseher wird ganz rot im Gesicht und zieht eine Machete. Plötzlich wird die Hinterwand unserer Zelle weggeschwenkt. Drei vermummte Zappatisten mit gekreuzten Patronengurten und Maschinengewehren im Anschlag stürmen herein. Der eine trägt einen großen Sack Kaffee auf dem Rücken. Vamonos, ruft der Mann mit der Pfeife im Mund. Vamonos, Vamonos, da höre ich das Flop, Flop, Flop eines Armeehubschraubers. Handlungsloch. Abgefahren, sagt das Känguru, holt die Milch aus dem Kühlschrank und setzt sich zu mir an unseren Küchentisch. Aber geiler Kaffee, sag ich. Wie du ja weißt, bin ich einer der weltweit berühmtesten unbekannten Künstler im Genre, das neuerdings als Street Art gehypt wird, sagt das Känguru. Wer weiß das nicht, sag ich. Und jetzt habe ich mir den neuesten Schrei einfallen lassen. Man schreibt irgendwo seinen Namen hin, sag ich. Und dahinter schreibt man, war hier? Nein, falsch zugeordnete Zitate. Zum Beispiel? Das Känguru schüttelt seine Spraydos und schreibt auf die Litfaßsäule. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, Frage, was du für dein Land tun kannst. Kim Jong Il. Ich muss lachen. Es ist ganz erstaunlich, sagt das Känguru, was eine veränderte Zuschreibung der Autorschaft aus den Zitaten macht. Mehr Beispiele. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht, sagt das Känguru. Roland Koch. Mr. Gorbatschow, tear down this wall, sag ich. David Hesselhoff. Ich denke, also bin ich, sagt das Känguru. Till Schweiger. Wir gehen ein paar Schritte weiter und das Känguru sprüht an die Wand einer Bankfiliale. Hasta la victoria siempre. John D. Rockefeller. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt, sag ich. Johann Wolfgang von Goethe. Jupp, sagt das Känguru. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lasst die Winde los, sag ich. H.P. Baxter. Ich sehe, du hast es verstanden. Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger, sag ich. Bastian Schweinsteiger. Hör jetzt auf, sagt das Känguru. Alles, was wir sind, ist das Resultat von dem, was wir gedacht haben, sag ich. Bastian Schweinsteiger. Ich hätte dir nicht davon erzählen sollen. How much is the fish, sag ich. Karl Marx. Das Känguru seufzt. Heinrich, mir grauht's vor dir, sag ich. Thomas Mann. Bitte. Wenn man ein 0 zu 2 kassiert, dann ist ein 1 zu 1 nicht mehr möglich, sag ich. Satz des Pythagoras. Ich bin total willig, sagt das Känguru. Ich möchte unbedingt einen Job. Haben Sie denn schon mal eine feste Arbeitsstelle gehabt, fragt die Frau vom Jobcenter gelangweilt. Eine, fragt das Känguru. Tausende. Ich stand schon in einer riesigen Erdbeere und habe Erdbeeren gegessen. Ich bin als Grillwalker mit einer Gasflasche auf dem Rücken und einem Grill vor dem Bauch über den Alexanderplatz gestiefelt und habe Würstchen gegessen. Ich habe in einem schönen Sommer viele Konzerte in der Wuhleheide angeguckt, mit einem Fass auf dem Rücken, an dem ein Schlauch dran war und daraus habe ich Bier getrunken. Gute Jobs eigentlich. Ich habe es aber leider nie über die Probezeit geschafft. Ich wünschte, ich wäre tot, sagt die Frau. Wie bitte? fragt das Känguru. Erzählen Sie ruhig weiter, sagt die Frau. Haben Sie irgendwelche Wunschvorstellungen? Äh, also, ich könnte mir gut vorstellen, mich hinter eine Theke zu stellen und Schnaps zu trinken, sagt das Känguru. Referenzen? Ja, von meinem letzten Arbeitgeber habe ich ein Arbeitszeugnis bekommen, auf das ich wirklich stolz bin. So? fragt die Frau und seufzt. Zeigen Sie mal. Das Känguru kramt in seinem Beutel. Auf dem Schreibtisch klingelt das Telefon. Die Frau nimmt ab. Ja? fragt sie. Aha, ja, ja, aha, ja, ja, sagt sie und beginnt sich dabei, den Hörer gegen die Stirn zu schlagen. Aha, ja, 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 das Känguru blickt mich besorgt an, zucke ratlos mit den Schultern. Ja, wird gemacht, sagt die Frau und legt auf. Einige Sekunden blickt sie ins Leere. Äh, hier ist das Zeugnis, sagt das Känguru und reicht ihr ein Papier. Danke, sagt die Frau. Aber Obacht, sagt das Känguru, das liest sich positiver, als es gemeint ist. Die benutzen da immer so einen Kapitalisten-Geheimcode. Die Frau liest laut vor. Das Känguru war bei seiner Arbeit immer unkreativ, unpünktlich, unflexibel, desinteressiert, nicht belastbar, kaum teamfähig, schwer zu begeistern und unkreativ. Vorgesetzten gegenüber war es unfähig, sich unterzuordnen, vulgär, obszön und gelegentlich handgreiflich. Vom Tacker bis zum Flachbildschirm waren alle ihm zugeteilten Arbeitsgeräte innerhalb von Stunden nicht mehr auffindbar. Schon am zweiten Arbeitstag versuchte es, mit einigem Erfolg einen Generalstreik zu organisieren. Die Firma sah sich gezwungen, nach neun Tagen eine fristlose Kündigung auszusprechen. Zu diesem Zeitpunkt war das Känguru allerdings schon mehrere Tage nicht mehr an seinem Arbeitsplatz erschienen. Die Frau lässt das Zeugnis denken. Und was daran liest sich positiver, als es gemeint ist, fragt sie. Nächster Satz, sagt das Känguru. Sie liest. In den fünf Tagen, die es tatsächlich bei uns gearbeitet hat, hatte es allerdings durch seine Geselligkeit zur Verbesserung des Betriebsklimas beigetragen. Hä? frage ich verwundert. Das ist ein Code für übertriebenen Alkoholkonsum, sagt die Frau. Du hast gesoffen auf Arbeit? frage ich. Ich kann es verstehen, sagt die Frau und holt einen Flachmann aus ihrer Schublade. Das Känguru hüpft mit einer Flasche in der Pfote um die Ecke und ruft. Ob im Club oder zu Hause. Hauptsache Bio-Brause. Was hast du gerade gesagt? frage ich. Es trägt ein mit fünf Worten bedrucktes T-Shirt. Hier könnte ihre Werbung stehen. Gehst du zu einer schönen Sause? Vergiss nicht deine Bio-Brause, sagt es, prostet mir mit seiner Flasche zu und trinkt einen Schluck. Sofort verzieht es das Gesicht. Bäh, das schmeckt so widerlich, flucht es. Aubergine Pomelo. Wer denkt sich so beknackte Geschmacksrichtungen aus? Ich muss jedes Mal fast kotzen. Warum trinkst du es dann? frage ich. Aus dem selben Grund, aus dem die meisten Leute Dinge tun, ob derer sie eigentlich kotzen möchten, sagt das Känguru. Du bekommst Geld dafür? Korrekt. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Raum betrete, Sachen sage wie, mach mal Pause. Natürlich mit Bio-Brause. Skeptisch ziehe ich meine linke Augenbraue nach oben. Und dafür bekommst du Geld von Bio-Brause? Hey, noch nie was von viralem Marketing gehört? ruft das Känguru empört. Ich bin ein Multiplikator. Wie viel Euro zahlt dir Bio-Brause denn? frage ich. Ich bekomme jeden zweiten Tag eine Palette Brause. Aubergine Pomelo? Ich dachte, das schmeckt dir nicht. Tut's auch nicht. Aber Dreckenfrut-Bärlauch ist noch schlimmer. Aha. Nur falls du dich wunderst, was er soll, sagt das Känguru. Ich habe aufgehört, Sachen zu hinterfragen, sage ich. Das macht unglücklich. Ich erkläre es dir trotzdem, sagt das Känguru. Ich habe beschlossen, da man mit totaler Konsumverweigerung heutzutage keinen mehr schocken kann, meinen Protest durch die totale Prostitution auszudrücken. Ab sofort ist alles an mir käuflich. Vom Beutelaufdruck bis zur Fahne an der Schwanzspitze. Vom ersten Satz nach dem Aufstehen bis zum letzten Gedanken vor dem Schlafen gehen. Siehst du die dicke Dame der Lidl-Tüte? frage ich. Ja. Und den Teenie mit dem Apple-T-Shirt? Siehst du den Typ mit seiner Ferrari-Kappe? Ja, ja. Und den Mann mit seinem Deutsche Bank-Regenschirm? Ja. Siehst du das Mädchen in der Levis-Jeans mit den Converse-Schuhen, die das Diesel-T-Shirt anhat und darüber die Tom-Hilfiker-Jacke trägt? Willst du mir zu verstehen geben, dass meine Protestaktion kein Aufsehen erregen wird? Nun ja, sage ich. Entweder handelt es sich hier um eine der größten internationalen Protestwellen der Geschichte, von der nur wir beide nichts mitgekriegt haben. Oder, ja, niemand wird deinen Protest als Protest verstehen. Naja, sagt das Känguru und zieht einen Sixpack-Bio-Brause aus seinem Beutel. Der Pfandautomat nimmt auch volle Flaschen. Wir sitzen bei Hertha an der Theke. Ich habe letztens voll den guten Witz gehört, sagt das Känguru. Na ja, fragt Hertha. Also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind ein Österreicher, ein Engländer und ein Franzose in einem Kriegsgefangenenlager, sagt das Känguru. Was soll denn das für ein Lager gewesen sein, frage ich. Ein Engländer, ein Franzose und ein Österreicher. Das stimmt doch was nicht im historischen Fundament deines Witzes. Ist doch egal, ist nur ein Witz, Mann. Jedenfalls ein Österreicher, ein Franzose und ein Amerikaner. Ein Ami, fragt Hertha. Irgendwas, noch ein Engländer. Gut, von mir aus ein Engländer, sagt das Känguru. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass einer von den Achsenmächten mit zwei Alliierten eingesperrt gewesen sein soll, sag ich. Was weiß ich, vielleicht war der Österreicher ein Deserteur, sagt das Känguru. Aha, sag ich. Oder ein Doppelagent, sagt das Känguru. Was nun, ein Deserteur oder ein Doppelagent? Ein Doppelagent, sagt das Känguru beherrscht. Aber du hast doch gesagt, ein Kriegsgefangenenlager nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum sollten da ein Engländer und ein Franzose in einem Lager eingesperrt sein? Oder hat in deinem Witz Hitler den Krieg gewonnen? Okay, vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Wird das ein Nazi-Witz oder was? Fragt Hertha. Will ich nicht hören. Na gut, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber, wende ich ein. Der Engländer und der Franzose waren auch Doppelagenten, ruft das Känguru. Zufrieden? Und der Österreicher? Fragt Hertha. Der Trippelagent! Okay, sag ich. Jedenfalls hatten die total Hunger. Sagt das Känguru. Wer? Fragt Hertha. Na, der Österreicher, der Franzose und der Amerikaner. Ruft das Känguru. Engländer, sag ich. Ja! Schreibt das Känguru fast hysterisch. Jedenfalls kamen der Österreicher, der Franzose und der arme Engländer, weil sie so Hunger hatten, auf die Idee herumzulaufen. Was soll denn das für ein Kriegsgefangenenlager gewesen sein, wo man einfach so rumlaufen durfte, frage ich. Es war halt schon eine Weile nach Ende des Krieges. Aber Doppelagenten, Trippelagenten, die lässt man auch nicht einfach so frei rumlaufen, sagt Hertha. Ach, leck mich. Was denn, man wird da wohl nachfragen dürfen, sagt Hertha. Jetzt erzähl den Witz zu Ende, sag ich. Nee. Wieso nicht? Ist nicht mehr lustig. Ich kenne einen lustigen Witz, sagt Hertha. Treffen sich ein Österreicher, ein Engländer und ein Franzose nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Kriegsgefangenenlager. Kommt ein Deutscher hinzu und sagt, was soll denn dit sein, ein schlechter Witz? Ich pruste los vor Lach. Ah, ha, ha, voll der gute Witz, rufe ich. Ach, haltet die Klappe, sagt das Känguru. Des Abends laufen wir an einer Kirche vorbei, an deren Wand jemand, Religion hat tausende von Menschen getötet, gesprayt hat. Zit, 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 sagt das Känguru und schüttelt seinen Kopf. Ist das nötig? Sowas muss doch nicht sein. Es holt eine rote Spraydose aus seinem Beutel, streicht tausende durch und schreibt Millionen darüber. Leichtsinsfehler, murmelt es. Und ich habe mich schon gefragt, was das für ein Typ ist, der jedes Graffito in unserem Block mit Rot überschmiert, sag ich. Nicht überschmiert, sagt das Känguru. Korrigiert, verbessert. Die Leute machen so viele Fehler, das glaubst du nicht. Inhaltlich, formal, Rechtschreib, Kommunismus mit einem M. Von der Zeichensetzung will ich gar nicht reden. Und was sollen diese Korrekturen bringen? Frage ich. Komm mit, Pickel, die. Sagt das Känguru und trottet los. Zwei Straßen weiter zeigt es mir einen schwarzen Nazis-Raus-Schriftzug an der Wand. Mit Rot steht daneben. Deine Einstellung ist grundsätzlich löblich und deine Absicht zumindest verständlich. Aber da du forderst raus, stelle dir doch bitte auch die Fragen, wo raus und wohin. Raus aus Deutschland? Schön und gut, aber wohin? Denn wer will die schon haben? Keiner. Es hat dem Ausland verständlicherweise keineswegs gefallen, als die Nazis das letzte Mal in großer Zahl aus Deutschland rausmarschierten. Schließlich musst du noch bedenken, dass die Nazis dann plötzlich selber Ausländer wären. Und wenn du die dann immer noch hassen würdest, wärst du dann selber Nazi und müsstest du dann selber raus und wo raus und wohin. Du hättest also genauso gut schreiben können, selber. Auf diesem Kindergartenniveau bewegt sich leider deine Argumentation. Die komplette Wand ist vollgeschmiert. Und das hilft? Frage ich. Ich werde zwei Ecken weitergeführt. Dort steht mit schwarz an der Wand. Nazi, bedenke. Du suchst dir für deine Probleme Sündenböcke. Dabei bist in Wahrheit du selbst das Problem. Du und das System natürlich. Besser. Steht mit rot daneben. Bei den Worten Nazi, bedenke, kommen mir zwar gleich Sätze wie Tauber, höre oder Blinder, sieh in den Sinn, als rhetorische Figur aber I.O. Es muss ganz schön anstrengend sein, mit den Korrekturen auf dem Laufenden zu bleiben, sag ich. Du machst dir keine Vorstellung. Sagt das Känguru. Ich sitze mit dem Känguru und meiner Band im Backstage-Bereich eines Clubs. Es hat sich einiges verändert, seit ich im Business war. Sagt das Känguru. In was denn für ein Business, frage ich. Ich habe gesungen in einer Punkband. Sagt das Känguru. In was denn für einer Punkband, frage ich. Pierre Buesmois an der Gitarre, Eckehard Ekel am Bass und Manfred Festinger, genannt Manifest am Schlagzeug. Sagt das Känguru. Eckehard Ekel, sage ich, so, so. Das waren alles Künstlernamen. Sagt das Känguru. Nun ja, sage ich. Ich weiß nicht, ob man in diesem Zusammenhang von Kunst reden sollte. Die hießen die Krankenschwestern. Sagt das Känguru. Wir hatten alle immer so weiße, hautenge Latex-Krankenschwester-Kostüme an. Mit Häubchen und so. Die Jungs trugen auch noch weiße Netzstrümpfe und Stöckelschuhe. Verstehe. Wir haben so Gender-Punk gemacht. Sagt das Känguru. Ziemlich avantgarde. Hm. Aber das war eine andere Zeit damals. Sagt das Känguru. Kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Nee. Wir haben zwei ziemlich gute Alben aufgenommen. Sagt das Känguru und kramt zwei Schallplatten aus seinem Beutel. Das erste hieß krank. Das zweite hieß krank zwei. Krass, sage ich. Nee, krank. Sagt das Känguru. Ich werfe einen Blick auf die Tracklist. Wir sind die kranken Schwestern. Das System ist krank. Die Gesellschaft ist krank. Du bist krank. Ihr seid alle krank, krank, krank. Engelsgesang. Das klingt doch vielversprechend, sage ich. Wir haben doch wirklich Punkrock gemacht, sagt das Känguru. Nicht so Reformhaus-Punk wie ihr. Ihr habt keinen Punkrock gemacht, sage ich. Ihr habt krankrock gemacht. Ich nippe an meinem Getränk. Habt ihr auch Buttons vertickt, auf denen drauf stand kranks not dead, frage ich. Nee. Wir haben aber bei jeder Platte ein bisschen Erde unters Cover getan, sagt das Känguru. Hitten Dreck. Man fragt sich wirklich, warum ihr nie groß rausgekommen seid. Habt ihr das eigentlich gehört? Fragt Friedrich Wilhelm. Es gab in Dänemark über das Verbot von Burkas eine hitzige Parlamentsdebatte mit großem Medienecho. Nee, sage ich und schüttelt den Kopf. Ja, davon habe ich gehört, sagt das Känguru. Meines Erachtens habe sogar ich euch beiden davon erzählt. Aber das ist typisch. Du erzählst mir meine Geschichte, als wäre es deine. Und du kannst dich an nichts erinnern. Jedenfalls hat das dänische Parlament dann eine Studie in Auftrag gegeben, sagt Friedrich Wilhelm. Und die hat nachgezählt. In Dänemark gibt es zur Zeit drei Frauen, die eine Burka tragen und von diesem Verbot betroffen wären. Ernsthaft, frage ich, ist das wahr? Was sagst du denn immer mit wahr und falsch? Fragt das Känguru. Na, falls ich im Radio davon erzähle, sage ich. Das ist doch irrelevant, sagt das Känguru. Als Künstler darf man ruhig lügen, um die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass dieser ganze Burka-Quatsch, wie so vieles andere, nur eine Verschleierungstaktik ist, um uns von den wirklich relevanten Problemen abzulenken. Was kichert ihr denn so blöd? Eine Burka ist eine Verschleierungstaktik, sage ich und klatscht mit Friedrich Wilhelm ab. Aber ernsthaft, drei, stimmt die Zahl? Was weiß ich, sagt das Känguru. Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja nach Dänemark fahren und nachzählen. Aber bis du mit einer Erfolgszählung durch bist, wurde vielleicht eine schon von einem weltkonservativen Dänen erschlagen und zwei neue sind dafür eingewandert, dann wären es vier. Huh, wie bedrohlich, vier. Tja, ja, sage ich. Die Menschheit wird aussterben, unfruchtbar geworden wegen irgendeines Weichmachers in Plastikflaschen. Aber Hauptsache, wir haben die ganze Zeit Angst vor Terroranschlägen gehabt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, sagt Friedrich Wilhelm. Aber habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich letztens Daniel Brühl in der Fußgängerzone... Das war auch ich, ruft das Känguru. Mir ist Daniel Brühl in der Fußgängerzone begegnet, das ist meine Geschichte. Und du, du warst dabei. Das Känguru deutet auf mich. Sag, dass das uns passiert ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, sage ich. Ruft das Känguru. Ach, Daniel Brühl, sagt Friedrich Wilhelm. Den hat doch jeder schon mal gesehen. Ja, sage ich. Wenn der an Weihnachten nach Hause kommt, denkt seine Mutter bestimmt, oh nein, nicht Daniel Brühl, der ist ja so omnipräsent. Wenn die Kängurukroniken mal verfilmt werden, würde garantiert Daniel Brühl das Känguru spielen, sagt Friedrich Wilhelm. Er nimmt sich eine Praline aus der Packung. Ey, das darfst du nicht, ruft das Känguru. Das sind Schnapspralinen, sage ich. Du bist doch Moslem. Ich darf alles, sagt Friedrich Wilhelm und wirft sich die Pralinen in hohem Bogen in den Mund. Ich bin Atheist. Du hast da was falsch verstanden, sagt das Känguru. Du darfst sie nicht essen, weil das sind meine Schnapspralinen. Ach, mein, dein, sagt Friedrich Wilhelm. Das sind doch bürgerliche Känguru. Das ist mein Spruch, ruft das Känguru aufgebracht. Meiner. Das Känguru sieht leicht genervt aus. Ein kleines Kind springt auf seinem Schwanz umher, ein anderes klettert seinen Rücken hinauf und versucht sich am Hals hochzuziehen. Die dazugehörigen Väter sitzen von drei kolossalen Heizpilzen beschirmt im T-Shirt draußen vor dem Café. Ich habe ja jetzt den Zuschlag für das Design von den Wahlplakaten der Grünen bekommen, sagte eine. Super, sagte andere. Dann hast du ja gleich wieder was, wenn wir mit dem Relaunch der Wattenfall-Website fertig sind. Ja, sagt der Erste. Aber erst muss das Babyprojekt noch durch. Neben den beiden sitzt eine 50-Jährige und stillt ihren vierjährigen Sohn. Ich kratze mich am Kopf. Das Känguru zieht ein Babyprojekt, das in seinen Beutel gekrabbelt ist, wieder heraus und drückt es einem Vater in den Arm. Es ist kein Wunder, dass die Kinder alle so nervig sind, wo doch die Eltern alle so nervig sind, sagt es. Ich öffne die Glastür und wir stolpern ins Café hinein. Alle Tische sind besetzt. Muss denn in dieser Stadt wirklich niemand mehr arbeiten gehen, rufe ich verärgert. 18 Köpfe erheben sich von 18 Laptops und rufen. Wir arbeiten doch. Ja, ja, sag ich, was arbeitet ihr denn? Wir bleiben in Kontakt, ruft der Chor. Alle kennen und nix können, sagt das Känguru. Daniel, Sarah, Sandra, Martin, Anna, Jan, Alexander, Melanie, Claudia, Nicole, Stefan, Thomas, Benjamin, Sebastian, Sebastian und Sebastian, gefällt das? Ruft der Chor. Schnauze, ruft das Känguru. Ich trete zu einer Frau, die allein mit ihrem Notebook an einem großen Tisch sitzt. Dürfen wir uns dazusetzen, frage ich. Es ist ein freies Land, sagt die Frau. Na, sagt das Känguru. Da bin ich aber anderer Meinung. Er setzt sich trotzdem. Wer von uns geht zum Tresen, frage ich. Schnick, schnack, schnuck, fragt das Känguru. Ich gehe schon. Als ich vom Tresen zurück an unseren Tisch komme, bellt die Frau gerade in ihr Handy. Wir müssen für die Online-Community-Events mehr User generieren. Dafür müssen wir ASAP den Content upgraden. Das Känguru ruft. Hören Sie, Sie sind wahrscheinlich die affektierteste dumme Schnäpfe, die mir je begegnet ist und ich habe so einige getroffen. Die Frau nimmt ihr Handy vom Ohr. Wie bitte? fragt sie empört. Hä? fragt das Känguru und wendet sich zu ihr. Ich telefoniere gerade über mein In-Ear-Wireless-Headset. Es macht eine kreisende Fingerbewegung vor seiner Schläfe. Die Frau winkt nickend ab und drückt sich ihr Handy wieder ans Ohr. Ja, as soon as possible, ruft sie. Ich hatte letztens eine schöne Idee, sagt das Känguru. Wir könnten mal ein Netzwerk aufbauen, wo man nur die Möglichkeit hat, Feinde zu werden und Sachen scheiße zu finden. Ein asoziales Netzwerk, frage ich. Nicht schlecht, sagt das Känguru nachdenklich. Ein asoziales Netzwerk. Gibt es schon, ruft der Chor. Zum Beispiel Hatebook und das ist myspaceofuckoff.com und feindebleiben.de. Wir haben uns schon bei allen registriert. Das Känguru schüttelt seinen Kopf. Manchmal, da denke ich, man sollte das komplette Internet abschalten und durch eine Nachricht ersetzen, auf der steht, Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wir laufen durch die Straßen. Mein Blick fällt auf ein großflächiges Werbeplakat an einem Baugerüst. Darauf sieht man einen adrett lächelnden jungen Mann in einem großen Schweinemastbetrieb. Darunter steht, die schönste Zeit ist die Arbeit. Ich glaube, diese Kampagne bewirkt das Gegenteil von dem, was sie bewirken möchte, sagt das Känguru. Das denke ich oft bei Werbung, sage ich. Aber dann mache ich mir klar, dass ich nur nicht in der Zielgruppe bin. Welche Zielgruppe? Fragt das Känguru. Dumme Leute, sage ich. Apropos, sagt das Känguru, ruft. Tada! Und hält mir etwas Kleines, aber bestialisch Stinkendes unter die Nase. Riech mal. Was soll das sein? Ich hatte eine neue Geschäftsidee. Ein Luftverpester. Duft Richtung Döner. Geile Idee, was? Grandios. Ich habe einfach einen kleinen Tannenzapfen mit braunem Filz umwickelt. Otto hat ihn kurz unterm Dönerspieß im Sud liegen lassen. Jetzt mache ich noch einen Bindfaden dran und fertig. Unverbindliche Preisempfehlung, 9,99 Euro. Und wer soll das kaufen? Eine ganz besondere Zielgruppe von Menschen, mein Freund, sagt das Känguru. Ich bin Ihnen begegnet auf meinen Forschungsreisen ins finstere Herz des Konsums. Im Alexa Shopping Center. Überall bin ich Ihnen begegnet. Menschen, denen man jeden Scheiß zu jedem Preis andrehen kann. Ich spreche von... Gerade als das Känguru eine dramatische Pause macht, werden wir von einem Pärchen unterbrochen. Entschuldigen Sie, sagt der Mann. Wir sind Touristen. Dürften wir Ihnen dieses völlig überteuerte und total nutzlose Ding, das Sie da an der Pfote halten, abkaufen? Das Känguru nickt und wickelt das Geschäft ab. Das Geld liegt tatsächlich auf der Straße, sagt es, als wir wieder allein sind. Es bückt sich, hebt er einen kleinen Geröllbrocken auf, fischt ein Stück Metall aus seinem Beutel und verbindet beides mit doppelseitigem Klebeband. Zum Schluss holt es noch eine rote Spraydose aus seinem Beutel und gibt einen kurzen Sprühstoß ab. Hier, sagt es. Kühlschrankmagnet mit einem Stück Original-Berliner Mauer, 7,99 Euro. How much is this? fragt ein kräftig gebaute Amerikaner. 20 Dollar, sagt das Känguru. 2, please. Sure, sagt das Känguru und beginnt noch einen Magneten zu basteln. Is it true that the Russian Tsar Karl Marx himself has built the Berlin Wall with his own hands? fragt der Tourist. Yes, yes, sagt das Känguru. And Trotsky did a lot of the graffiti. Amazing, sagt der Mann und nickt. Dann fragt er. Who was this Trotsky guy again? He was a famous Russian novelist, sagt das Känguru. He wrote War and Peace. Ah, I saw parts of that on the telly, sagt der Mann. The one with the Hobbits. Yes, yes, sagt das Känguru. We do Europe in 10 days, sagt der Mann. I bet you do, sagt das Känguru und reicht dem Mann den zweiten Magneten. Der gehörte Fahrgäste. Aufgrund von Tralala hält der Zug für Gleis 12 heute abweichend auf Gleis 1. Der für Gleis 1 hält auf Gleis 23 und der für Gleis 2 hält auf Gleis 12. Auf allen anderen Gleisen halten die Züge in umgekehrter Wagenreihung. Sofort wuseln alle Menschen im Bahnhof durcheinander. Einige Momente später knackt der Lautsprecher wieder. War nur ein Scherz. Na, der hat ja einen Humor, sagt das Känguru. Im Ernst, aufgrund eines Personenschadens am Bahnhof, blablabla, feiern wir heute denn Alles spielt für Rücktag. Steigen Sie einfach in irgendeinen Zug und lassen sich davon überraschen, wo Sie landen. Hat sich wieder mal einer vor den Zug geworfen, seufzt sich. Ein Soldat in Uniform hechtet auf den Bahnsteig. Als er keinen Zug sieht, sondern nur Gewusel, fragt er. Was ist denn hier los? Terror, Terroranschlag. Was ist denn das für eine Art? Fährt ihn das Känguru an. Nehmen Sie Haltung an, wenn ein Offizier anwesend ist. Und es deutet auf mich. Er zuckt zusammen und stellt sich auf. Jawohl. Jawohl, Herr Hauptmann, sag ich. Jawohl, Herr Hauptmann. Und nun? Krapotke lese ich auf seine Uniform. Krapotke, was ist Ihr Anliegen? Terroranschlag, Herr Hauptmann. Bilden Sie ganze Sätze, Mann, brüllt das Känguru. Terroranschlag. Wie wär's mit einem Verb? Krapotke zögert. Hatz, hier einen Terroranschlag, Herr Hauptmann, fragt er schließlich. Hatz, frage ich grimmig. Ja, Hatz. Das war ein sogenannter Selbstmordattentäter, Krapotke. Ein Attentäter auf meine Nerven. Und ich schüttel den Kopf. Immer diese depressiven, Krapotke. Könnten doch vom Reichstag runterspringen und dabei schreien, es ist ein Schweinesystem. Aber nein. Es muss ja ein Zug sein, sagt Krapotke. Falsch, Krapotke, sag ich. Nicht ein Zug. Mein Zug. Und was machen wir jetzt, Herr Hauptmann? Na, Sie machen erstmal ein paar Liegeschütze, Krapotke. Wie viele, Herr Hauptmann? Na, bis ich sage, es reicht, Krapotke. Jawohl, ruft Krapotke und geht auf den Boden. Herr Hauptmann. Eins, zwei, drei, vier. Zählt das Känguru und marschiert die sehr kurze Reihe seiner Rekruten auf und ab. Wo wollen Sie überhaupt hin, Krapotke? Frag ich. Konferenz, Herr Hauptmann. Presst Krapotke hervor. Bitten Sie ganze Sätze, Mann. Brüllt das Känguru. Was für eine Konferenz, Krapotke? Frag ich. In Wannsee, Herr Hauptmann. Zur Zukunft der Armee, Herr Hauptmann. Ein wenig unsensibel eine Militärkonferenz ausgerechnet in Wannsee abzuhalten. Sag ich. Finden Sie nicht auch, Krapotke? Wegen den Touristen. Frag Krapotke. Da rollt ein Zug aufs Gleis, der vielleicht nach Wannsee fährt. Wir steigen ein, während Krapotke noch Liegestütze macht. Hast du eigentlich einen Picknickbeutel gepackt? Frag ich das Känguru. Planänderung. Sagt es und zieht eine Uniform aus seinem Beutel. Zeit für einen Antiterroranschlag, Herr Hauptmann. Fortsetzung folgt. Wir stehen in einer mit generellen Politikern, Journalisten und Vertretern der Rüstungsindustrie gut gefüllten Kongresshalle. Liebe Konferenzteilnehmer, liebe Kameraden, sagt der Uniformierte auf dem Podium. Bevor wir zum Ende unseres Seminars nach dem Krieg ist vor dem Krieg kommen, hören wir noch einen Redner, der sich in letzter Minute angemeldet hat. Bitte begrüßen Sie vom Verein Krieg. Warum nicht? Hauptmann Zuckmeier. Das bist du, löst er das Känguru und schützt mich auf die Bühne. In Camouflage mischt es sich unter das Publikum in die vorderste Reihe. Mein Uniform sitzt, als hätte ich sie schon zur Konfirmation getragen. Genoss, äh, Kameraden, sage ich. Sehr geehrte Herren von der Presse, liebe Zivilisten, stehen Sie befehlend? Grüßend hebe ich meine Hand. Sparen, sparen, sparen. So fliert mir das Känguru aus unserer im Zug verfassten Rede. Sparen, 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 sage ich. Sie wissen sicherlich, dass wir mit dem Gedanken spielen, die Bundeswehr zu privatisieren. Und das wird verdammt noch Mahlzeit. Denn man muss sich vor Augen führen, dass jeder tote Taliban den deutschen Steuerzahler im Schnitt 214.662,50 Euro kostet. Das muss doch einfach billiger gehen. Ruft das Känguru und erntet einige Hört, hört Rufe. Wir wären deutlich billiger weggekommen, hätten wir jedem Taliban einzeln bei einem Profikiller in Auftrag gegeben. Sag ich. Bei einem aus Hollywood-Thrillern bekannten Satz von 10.000 Euro und einer geschätzten Zahl von 25.000 Taliban-Kämpfern hätte uns der Einsatz so nur 250 Millionen statt 36 Milliarden Euro gekostet. Einsparmöglichkeiten in einem mittleren zweistelligen Milliardenbereich. Manch einer wird sagen, Peanuts. Aber für manch anderen hier ist das fast sein Jahresgehalt. Wir alle wissen, wer dieses Einsparwunder zu Wege bringen könnte. Der freie Markt, ruft das Känguru. Richtig. Sag ich. Eine Privatisierung bietet viele neue Chancen für die Bundeswehr. Denken Sie zum Beispiel an den aktuellen Namen der österreichischen Fußballliga, Tipp 3 Bundesliga, powered by T-Mobile. Da habe ich doch gleich eine wunderbare Schlagzeile vor Augen wie Die ThyssenKrupp-Bundeswehr, powered by Heckler & Koch, verteidigt unsere Freiheit am Hindukusch. Ich reußere mich. Auch durch das Versteigern von Sendelizenzen an TV-Kanäle könnten wir viel Geld einnehmen. Neue Formate drängen sich geradezu auf. Stellen Sie sich vor, in einem großen Panzer sind überall Kameras montiert und das Publikum zu Hause darf jede Woche einen aus der Besatzung rauswählen. Dürften sich die Zuschauer auch per SMS-Abstimmung an der Auswahl der Beschussziele beteiligen, ruft das Känguru. Alles ist denkbar, sage ich. Als ersten Schritt in Richtung Privatisierung kann ich mir einfaches Sponsoring vorstellen nach dem Muster. Die nächste Granate wird Ihnen präsentiert von Kentucky Fried Chicken. Die Flügel dieses Eurofighters wurden verliehen von Red Bull. Oder mehr Druck als die nächste Bombe machen nur die neuen 20.000 Wattboxen von Bang & Olufsen. Das Känguru gibt mir ein Zeichen zum Ende zu kommen. Ich sehe, wie der Moderator der Veranstaltung in der Ecke mit den Sicherheitsleuten tuschelt. Darum keine Angst vor einer Privatisierung, rufe ich. Und ich persönlich werde nicht ruhen, bis für alle selbstverständlich ist, dass ein toter Taliban für unter 10.000 Euro machbar ist. Ich stehe gegen Mitternacht mit dem Känguru und unseren Freunden Otto von Friedrich Wilhelm und Krapotke an irgendeiner Haltestelle und wir warten auf den Nachtbus. Genauer gesagt auf den Schienersatzverkehr. Das Känguru hat sein Fahrrad dabei. Es möchte es mit in den Bus nehmen. Otto sagt, bist du ganz sicher, dass du das wagen möchtest? Wieso? Lallt das Känguru. So überhaupt kein Problem. Das Känguru fährt nicht oft mit dem Bus. Ich könnte euch meine neuesten Gedichte aufsagen, bis der Bus kommt. Schlage ich vor. Klagelied des Menschen unter dem Kapitalismus. Bis ich in meinem Bette sterbe, wettbewerbe, wettbewerbe. Und wenn einer von der Planke springt, wird noch bewertet, wie er ertrinkt. Bei diesen Worten beugt sich das Känguru vorn über und schwankt bedrohlich hin und her. Was macht es da? Fragt Friedrich Wilhelm verwundert. Ich versuche... Beginnt das Känguru zu lallen. Ich... äh... Es hebt seinen Kopf, holt seufzend Luft und blickt mir lange und schwankend in die Augen. Ich versuche meinen Kopf in meinem Beutel zu stecken. In rasantem Tempo nähert sich plötzlich ein Bus. Krapotke, legen Sie sich auf die Straße und zwingen Sie dadurch den Fahrer, sein Geschoss zu stoppen, sag ich. Jawohl! Jawohl, Herr Hauptmann! Jawohl, Herr Hauptmann! ruft Krapotke und legt sich auf die Straße. Das funktioniert. Der Bus hält. Otto, Friedrich Wilhelm und ich steigen ein. Das Känguru fragt, ob es das Fahrrad mit in den Bus nehmen darf. Wie stellen Sie sich das vor? schnauzt der Busfahrer. Naja, sagt das Känguru schwankend. Ich würde es einfach durch die Tür in den Bus tragen. Dit ist ein Bus, sagt der Busfahrer. Das Känguru nickt anerkennend. Das stimmt, sagt es. Na also, sagt der Busfahrer. Aber andererseits besteht hier ja Schiedersatzverkehr mit Bussen, sagt das Känguru. Folglich ist das hier gar kein Bus. Das ist eine U-Bahn. Wollen Sie mich verarschen? Natürlich ist das hier ein Bus. Kann mir doch keiner erzählen, dass das hier kein Bus ist. Und wie das ein Bus ist. Mein ganzes Leben fahre ich schon ein Bus. Ich werde ja wohl noch ein Bus erkennen, wenn ein Bus vor mir steht. Und in die U-Bahn darf ich mein Fahrrad mitnehmen, beharrt das Känguru. Aber nicht in den ersten Wagen, keift der Busfahrer. Wirklich selten habe ich zwei Betrunkene auf einem so hohen Niveau diskutieren hören. Friedrich Wilhelm, Otto und ich steigen in den Nachtbus. Das Känguru trödelt. Komm ich zu Sie auf Arbeit und halte den Betrieb auf, fragt der Busfahrer. Das war bestimmt eine rhetorische Frage. Sagt das Känguru. Der muss es schon schnell seinen Schwanz einziehen, damit er nicht von der Türe eingeklemmt wird. Nun ja, murmelt Otto. Wahrscheinlich möchte der Busfahrer seine Fahrgäste schnell an ihre Ziele bringen und sie nicht in ihrer Bewegungsfreiheit durch Fahrräder behindert wissen. Ich blicke mich um. Der Bus ist komplett leer. Außer uns sitzt niemand darin. Kein Wunder, denn der Fahrer rast in einem Wahnsinnstempo an jeder Haltestelle vorbei. Der hat wohl seine Aufgabe nicht ganz verstanden, tischt Friedrich Wilhelm. Wir können ihn ja mal anhalten lassen, sagt das Känguru und tut so, als wolle es den Stoppknopf drücken. Wir lachen alle. Friedrich Wilhelm drückt auf den Knopf. Sofort hören alle auf zu lachen. Die Reifen quietschen. Friedrich Wilhelm, der im Gang stand, wird nach vorne geschleudert. Mit einem Ruck bleibt der Bus an einer Haltestelle stehen und die Türen öffnen sich. Dann passiert erstmal nichts. Man hört nur leise das bedrohliche Brummen des Busmotors. Es steigt hier besser jemand aus, ruft der Busfahrer. Keiner von uns rührt sich. Wer war das? Friedrich Wilhelm drückt auf Otto, Otto drückt auf mich, ich drücke auf das Känguru. Das Känguru drückt auf Friedrich Wilhelm und alle rufen wir. Er war es. Entweder einer steigt aus oder alle steigen aus, sagt der Busfahrer. Es war nur ein Versehen, stammelt Friedrich Wilhelm. Auf Wiedersehen, sagt der Busfahrer und winkt. You have reached your final destination. Kaum ist Friedrich Wilhelm draußen, beschleunigt der Bus wieder. Da waren es nur noch drei, murmlig. Vielleicht darf er nicht länger als drei Sekunden langsamer als 50 fahren, sonst explodiert eine Bombe. Mut meist das Känguru. Wenigstens kommen wir so schneller zu euch nach Hause, sagt Otto. Ich habe nur noch Hackbraten von vorhin aufgehoben. Mmh, Hackbraten, sagt das Känguru. Und ich sage, gute Idee. Es ist aber nicht mehr viel da, sagt Otto. Das reicht höchstens für zwei. Ganz oft sagen Leute, ohne dies auch nur ansatzweise zu realisieren, etwas furchtbar Dummes. Das Känguru blickt mich an. Ich nicke. Blitzschnell zuckt seine Pfote zum Stoppknopf und wieder zurück. Sofort quietschen die Bremsen. Der Bus hält. Mit einem Zischen öffnen sich die Türen. Er war's! Schreien das Känguru nicht gleichzeitig, während wir auf Otto deuten. Schweine! Murmelt Otto leise. Aber das Brummen des Busmotors gibt ihm zu verstehen, dass sein Schicksal besiegelt ist und er steigt aus. Die Fahrt geht weiter. Sag mal, hast du eigentlich großen Hunger? fragt das Känguru. Für einen kurzen, eiskalten Moment treffen sich unsere Blicke. Ein Steppenläuferstrauch weht durch den Gang. Dieser Bus ist nicht groß genug für uns beide, zische ich. Dann zuckt meine Hand blitzschnell zum Stoppknopf und noch bevor die Bremsen quietschen schreit. Das Beuteltier war's, ich hab's genau gesehen. Die Türen öffnen sich. Schweigend steigt das Känguru aus. Die Türen schließen sich wieder. Bessich steht ein Lächeln auf seinem Gesicht. Verdammt! Das war unsere Station. Welcher Film? fragt der Junge an der Kinokasse. Kino 1. sagt das Känguru. 16 Euro bitte, sagt der Junge. Was? ruft das Känguru. 16 Euro pro Person. 16 Euro? ruft das Känguru fassungslos. Das, 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 das sind ja... Oh je, seufzig. Das Känguru springt auf die Theke. 16 Euro? ruft es den Leuten zu. Das, das, das sind 32 Mark. Das, das sind 64 Ostmark. Das sind 320 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber man konnte locker für eine Ostmark ins Kino gehen. Ich vermeide Unmutsäußerungen, aber auch zustimmendes Gemurmel zu vernehmen. Das heißt, man konnte von 320 Ostmark 320 Mal ins Kino gehen. fährt das Känguru fort. Wenn ihr heute 320 Mal ins Kino gehen wollt, müsst ihr, äh, 5.120 Euro bezahlen. Ja, ja, ich weiß, was ihr denkt. 10.240 Mark, 20.480 Ostmark, 102.400 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Davon konnte man 102.400 Mal ins Kino gehen. Vereinzelt fliegen 3D-Brillen in Richtung Kasse. Einer der Umstehenden sagt, ich glaube, ich kenne das von YouTube. Wenn ihr aber heute 102.400 Mal ins Kino gehen wollt, müsst ihr, äh, sagen wir mal, 2 Milliarden Euro für bezahlen. Ja, ja, ich weiß, was ihr denkt. 4 Milliarden Mark, 8 Milliarden Ostmark, 40 Milliarden Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Eine Brille trifft das Känguru am Kopf. Das, das wären 40 Milliarden Kinobesuche, fährt es unbeirrt fort. Wenn ihr heute 40 Milliarden Mal ins Kino gehen wollt, dafür habt ihr ja gar keine Zeit mehr im Kapitalismus. Aber wenn ihr die Zeit hättet, dann müsstet ihr grob geschätzt eine Billion Euro dafür bezahlen. Ich weiß, was ihr denkt, ruft das Känguru. Davon hätte man die DDR entschulden können. Von einmal ins Kino gehen. So teuer ist das alles geworden. Entschuldigung, unterbricht der Junge an der Kinokasse das Känguru. Was sind denn Ostmark? Das Känguru blickt ihn entsetzt an. Dafür bin ich 89 nicht auf die Straße gehüpft, ruft es empört. Dafür nicht. Was war denn 89, fragt der Junge. 89, mein Junge, sagt das Känguru mit beängstigend röger Stimme. Da war dieser Potsdamer Platz noch komplett leer. Da war der quasi noch komplett 2D. Und soll ich dir mal was sagen? So schlecht sah das gar nicht aus. Wenn du mir also noch einmal sagst, dass ich 16 Euro bezahlen soll, dann wäre es mir eine Freude, diesen Platz wieder in seinen Vorwendezustand zu versetzen. Es hübscht von der Theke. Also nochmal von vorne. Sagt es. Kino 1, bitte. 16 Euro, sagt der Junge. Wir haben schon 3D-Brillen. Sagt das Känguru und hebt zwei vom Boden auf. Wird's dann billiger. 15,50 Euro, sagt der Junge. Na also. Sagt das Känguru. Geht doch. Ich muss Ihnen sagen, dass der erste Besuch hier eine sehr Kafka-eske Erfahrung für mich war. Sagt das Känguru zu dem Mann von der Ausländerbehörde. Darum habe ich meinen Anwalt mitgebracht. Ich nicke freundlich. Können Sie sich ausweisen? fragt der Mann das Känguru. Ich dachte, das wäre Ihre Aufgabe. Sagt das Känguru. Ich finde, das ist ein wenig viel verlangt, dass sie mich auch noch selbst ausweisen soll. Außerdem können Sie mich nicht abschieben. Ich habe doch einen festen Job. Ah ja, fragt der Mann. Ah ja, frage ich. Bei wem sind Sie denn eingestellt? Fragt der Beamte. Bei ihm. Ruft das Känguru und deutet auf mich. Ah ja, fragt der Mann. Ah ja? Äh, ja, ja, sag ich. Genau. Äh, es ist fest bei mir angestellt. Als, äh... Ich blicke das Känguru an. Äh, Maskottchen, sage ich. Das Känguru wendet sich mir zu, verdreht die Augen und schüttelt fast unmerklich den Kopf. Als Maskottchen, fragt der Mann. Ja, äh, ich nehme es immer zu meinen Auftritten mit. Auftritte, fragt der Mann. Ich dachte, Sie sind Anwalt. Ja, äh, Anwalt und Kleinkünstler, sage ich. Von der Juristerei alleine kann man ja kaum leben. Und jedenfalls nehme ich das Känguru immer zu meinen Auftritten mit. Und da, äh, steht es dann am Eingang und verteilt aus seinem Beutel, äh, Aufkleber an die Leute. Aufkleber? Ja, da steht Scheißverein drauf, sage ich. Ich habe da nämlich so ein Lied geschrieben, das heißt Scheißverein und deswegen... Und wozu sollen diese Aufkleber gut sein, fragt der Mann ungehalten. Ich habe zufällig einen dabei, sagt das Känguru. Holt einen Scheißverein-Aufkleber aus seinem Beutel und klebt ihn auf den Schreibtisch des Mannes von der Ausländerbehörde. Sehen Sie? Frage ich. Das ist ein wunderbares Beispiel für die Einsatzmöglichkeiten des Aufklebers. Jeder Aufkleber ist ein kleiner Antiterroranschlag, sage ich immer. Und diese Aufkleber verteilt das Känguru. Ja, genau. Ich werde das bei Gelegenheit kontrollieren, schnaubt der Mann. Kurz halte ich inne. Es putzt auch immer bei uns zu Hause, sage ich. Das könnten Sie auch mal kontrollieren. Das werde ich tun, ruft der Mann. Es kocht, kümmert sich um die Kinder, pflegt den Garten, renoviert die Wohnung, murmelt vor mich hin. Und bei der kleinsten Unstimmigkeit geht es zurück nach Australien, ruft der Mann. Hallo? Ruft das Känguru empört. Nur weil ich ein Känguru bin, glauben Sie also, dass ich aus Australien komme? Und jeden Moslem schieben Sie wohl nach Mekka ab und jeden Schwarzen nach Schwarzafrika? Verdammter Rassist. So, so, ein Rassist bin ich also, sagt der Mann. Nur weil ich dafür sorge, dass Deutschland lebenswert bleibt. Weil ich warne, das Brot ist voll, deshalb bin ich also ein Rassist. Weil ich sage, Deutschland den Deutschen und den brauchbaren Ausländern, deshalb bin ich schon ein Rassist. Er wendet sich an mich. Sie als Deutscher, denken Sie dasselbe über mich? Äh, nein, sage ich. Für mich sind Sie eher wie der tragische Held in Sophocles bekanntestem Theaterstück. Kurz schweigt der Mann. So, ach, nun ja, sagt er dann. Genau, ein tragischer Held. So sehe ich mich auch manchmal. Na gut. Er stempelt ein Fragezeichen in den Pass des Kängurus. Dann gehen Sie mal. Aber nehmen Sie bitte Ihr Maskottchen mit. König Oedipus, flüstert das Kängurus, als ich die Tür des Büros hinter mir zuziehe. Chapeau. Du hast ihn gerade auf extremst subtile Weise einen Motherfucker genannt, Alter. Das ist eine Auslegungsfrage, euer Ehren. Das Kängurus liest mir aus einer Boulevardzeitung vor. Endlich. Die Reichen schlagen zurück. Vor dem Studentenwohnheim Salvador Allende in Zehlendorf brannten gestern die ersten Fahrräder. Franz Josef B. über die Schwierigkeiten, ein Fahrrad anzuzünden. Nicht einfach, aber ich sag mal, mit genügend Napalm brennt alles. Jörn Twix erklärt, warum er autonomer ist als jeder Autonome. Ich habe sehr viel Geld. Wollen Sie die Zeitung nur lesen oder auch kaufen? Fragt der Mann im Kiosk. Nur lesen, danke. Sagt das Känguru. Also, na denn ist ja gut. Das Känguru legt die Zeitung zurück und wir gehen wieder auf die Straße. Ich glaube, der Kiosk ist der einzige Laden, der schon da war, als du bei mir eingezogen bist. Sagt es. Du bist bei mir eingezogen, beschwere ich mich. Das ist meine Wohnung. Auch die alte Eckkneipe hat anscheinend eine weitere Metamorphose durchlaufen. Ich blicke mich um. Die alte Eckkneipe hat sich in ein standardisiertes Café verwandelt. Wir gehen über die Straße, stellen uns vor die Fensterscheiben und starren hinein. Das US-Militär baut ja seine Stützpunkte überall auf der Welt nach dem immer gleichen Bauplan. Sagt das Känguru nach einer Weile. Dadurch kann sich der Soldat, unabhängig davon, wo er sich auf der Welt befindet, das hat ihn gar nicht zu interessieren, sofort orientieren. Da vorne ist die Latrine, da hinten das Lazarett und in dem dunklen Keller, wo man die Schreie hört, darf ich keine Fotos machen. Diesem Prinzip folgend werden nun alle Innenstädte gleich geformt, damit der Kunde sich sofort zurechtfindet, wenn er in Urlaub fährt oder wenn ihn der flexible Arbeitsmarkt mal wieder von A nach B vermittelt hat. Und was machen wir dagegen? Frage ich. Ich hatte schon vor einiger Zeit eine Idee für einen Antiterroranschlag. Sagt das Känguru. Man müsste nachts an allen großen Bahnhöfen Deutschlands die Schilder übermalen. Aus Berlin Hamburg machen, aus München Leipzig, aus Dresden Köln. Klingt lustig, sage ich. Warum hast du es nicht gemacht? Ich hatte Angst, dass es am Ende keiner bemerkt. Das Känguru lässt einen Ast los, der mir direkt ins Gesicht klatscht. Warum folge ich dir nur immer wieder auf diese Abkürzungen, murre ich. Aber die Frage bleibt nur als lauwarmer Nebel in der kalten Abenddämmerung hängen. Da vorne müsste der Weg sein, sagt das Känguru. Vertrau mir, meine alten Dschungelinstinkte werden wieder wacht. Dschungelinstinkte? Ich kann es gar nicht fassen, dass wir uns im Tiergarten verlaufen haben. Ich denke, wir sollten unsere Lage akzeptieren und hier Feuer machen, sagt das Känguru, als wir zum dritten Mal dieselbe Lichtung betreten. Wenn der Tag anbricht, finde ich auf jeden Fall hier raus. Ich verdrehe die Augen. Das Känguru macht derweil Feuer. Plötzlich blickt es mich seltsam an. Sag mal, darf ich dich essen, falls du vor mir verhungerst? Was? rufe ich verstört. Nein. Wieso denn nicht? fragt das Känguru. Ich finde das sehr egoistisch von dir. Wenn ich vor dir verhungere, darfst du mich essen. Ich will dich nicht essen. Das ist ja ekelhaft. Na danke, sagt das Känguru. Du bist auch ekelhaft. Es wirft einen Ast ins Feuer und reibt sich die Pfoten. Du müsstest mich ja nicht roh essen, sagt es nach einer Weile. Du könntest mich ja grillen. Ich würde dich grillen. Es zieht etwas aus seinem Beutel. Du hast Gewürze dabei, frage ich. Na, na, ruft das Känguru herausfordernd und bestreut sich selbst. Wollen wir mal sehen, ob ich mich dir nicht doch schmackhaft machen kann. Ein bisschen Curry hier, ein bisschen Koriander da. Ich hasse Koriander. Hören Sie mal, brummt da plötzlich eine fremde Stimme. Die Diskussionen können sich gleich mal sparen. Grillen ist in dem Teil vom Tierjahrten sowieso nicht erlaubt. Ich bin vom Ordnungsamt. Sie gibten einen saftigen Strafzettel. Das Känguru mustert unseren ungebetenen Gast. Sagen Sie mal, sagt es, würden Sie sich von Ihrem besten Freund aufessen lassen? In einer Notsituation. Wenn Sie sowieso sterben würden, ihn aber retten könnten. Ich arbeite fürs Ordnungsamt, sagt der Mann. Ich hab keine Freunde. Aber können Sie uns vielleicht sagen, wie wir hier wieder rauskommen, frage ich. Sie haben sich verlofen. Ich nicke. Im Tierjahrten. Ich seufze. Das ist nicht mein Zuständigkeitsgebiet. Wenn du vor mir verhungerst, sagt das Känguru, esse ich dich einfach trotzdem. Ich verbiete dir ein für alle Mal, mich zu essen, zischig. Also ich hab zwar keine Freunde, funkt der Mann vom Ordnungsamt dazwischen. Aber eh nicht sag ich Ihnen. Wenn ich Freunde hätte, würde ich mir auf der Stelle von selbigen aufessen lassen. Stande bitte, dafür müsste ich nicht mal erfroren sein. Einfach so würde ich mir von dir aufessen lassen. Nur damit die nicht verhungern. Ich meine, wofür hat man denn? Freunde. Oder auch wenn die keine Hilfe mittags dabei haben, würde ich mir aufessen lassen. Oder wenn die einfach Lust auf einen kleinen Snack haben, würde ich mir aufessen lassen. Oder wenn beim Videoabend alle traurig wären, weil keiner Chips mitgebracht hat, würde ich sagen, Freunde, hier bin ich, ess doch mir auf. Da hörst du's, ruft das Känguru mir nicken zu. Sein Magen knurrt. Es wendet sich wieder dem Mann vom Ordnungsamt zu. Wollen wir Freunde werden? Wir müssen hier erstmal über Begrifflichkeiten reden, sagt das Känguru. Zum Beispiel ist der sogenannte Freie Markt natürlich kein freier Markt, sagt es. Alle, die sich jegliche staatliche Regulierung und Eingriffe in den sogenannten Freien Markt verbitten, allzu oft unter Postulierung seiner angeblichen Gott- bzw. Naturgegebenheit, übersehen dabei geflissentlich all die staatlichen Regulierungen und Eingriffe, ohne welche dieser sogenannte Freie Markt überhaupt nicht existieren könnte. Ganz grundlegendes Beispiel, dass du etwas anbieten kannst, ohne dass ich es dir einfach wegnehmen darf, obwohl ich stärker bin als du, das ist eine von Menschen erdachte Regulierung, die zudem nur durch die Androhung eines staatlichen Eingriffes ihre Wirksamkeit entfaltet. Siehst du das ein? Ja, sagt der Mann hinter dem Obst- und Gemüsestand. Ich nehme mir heimlich eine Blaubeere und schiebe sie in den Mund. Gut, sagt das Känguru. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Du hast erkannt, dass das Wirtschaftssystem keine Naturgewalt ist, sondern durch Menschen geschaffen wurde, also auch von Menschen wieder verändert werden kann. Klar, sagt der Mann. Ich nehme mir unbemerkt eine Erdbeere. Der freie Markt ist also keineswegs frei, sagt das Känguru. Wenn die Mächtigen vom freien Markt reden, dann meinen sie damit, frei von jeglicher Verantwortung. Ich stibize eine Pflaume. Werden wir noch grundlegender? Wie hat das Känguru fort? Was ist der Sinn des Wirtschaftens? Wie würde man ein gutes Wirtschaftssystem definieren? Folgender Vorschlag. Ein gutes Wirtschaftssystem hat dafür Sorge zu tragen, dass mindestens im nötigen Umfang nützliche, angenehme, ja auch schlicht schöne oder leckere Güter produziert und gerecht verteilt werden. Bist du damit einverstanden? Klingt vernünftig. Sagt der Mann. Wenn man aber erstmal diese Definition akzeptiert hat, muss man doch zugeben, dass der Kapitalismus vor diesen Anforderungen völlig versagt, sagt das Känguru. Nicht nur, dass alles extrem ungerecht verteilt wird, es werden auch noch hauptsächlich nutzlose, unangenehme, hässliche und ekelhafte Güter produziert. Bist du meiner Meinung? Ja, sagt der Mann. Zum Beispiel hat mein Sohn letztens so kleine Schuhe für unsere Katze mitgebracht. Die haben unten jeweils einen kleinen Wischmopp dran. Aber der Reinigungseffekt ist wirklich minimal. Oder meine Frau, die hat so eine Art Zelt angeschleppt. Dessen einziger Zweck es ist, beim An- und Abtransport des Christbaumes über diesen gestülpt zu werden, damit die Wohnung nicht vollgenadelt wird. Und wir sind Moslems. Wir feiern nicht mal Weihnachten. Gut, 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 sagt das Känguru. Ich nehme mir eine Wassermelone. Fünf Euro, sagt der Mann. Ich lege die Melone zurück. Du siehst also ein, sagt das Känguru, dass die Regeln gemacht und nicht gegeben sind. Du siehst auch, dass die aktuellen Regeln schlecht und unfair sind. Ja, sagt der Mann. Also frage ich dich, sollte man diese Regeln ändern? Das sollte man, sagt der Mann. Wollen wir beide hier und heute damit anfangen? Unbedingt. Gibst du mir demnach jetzt diesen Pfirsich? Fragt das Känguru. Für umsonst. Fragt der Mann. Ja. Sagt das Känguru. Nein. Sagt der Mann. Also gut. Sagt das Känguru. Nochmal von vorne. Der Mann vom Obst- und Gemüsestand seufzt und reicht dem Känguru wortlos ein Pfirsich. Siehst du? Sagt das Känguru mir. Man muss nur mit den Leuten reden. Ich laufe die Straße hinunter, um unseren Freund Otto in der bekannten Imbissbude Snacks and the City 2 zu besuchen. Ich habe mein Ziel schon fast erreicht, da surrt das Känguru von hinten an mich heran. Es steht auf einem Segway Personal Transporter, einer motorisierten Sackkarre für faule Touristen. Wo hast du das Ding denn her? Frage ich, ohne anzuhalten. Geborgt? Sagt das Känguru und fährt neben mir her. Aha. Hey, was lachst du? Fragt das Känguru. Ich habe mir nur gerade einen Transformer vorgestellt, der sich unter viel Getöse in einen Segway Personal Transporter verwandelt. Die anderen Transformer würden sich bestimmt über ihn lustig machen. Sagt das Känguru. Intolerantes Pack. Und Der Herr der Ringe wäre ein viel witzigerer Film geworden, wenn die Gefährten auf Segway Personal Transportern durch Neuseeland gerollt wären. An den Bauzäunen da hinten hängen übrigens Poster für eine neue Show im Friedrichstadtpalast. Sagt das Känguru. Da spielen Kleinkünstler der kleine Hobbit nach. Wollen wir da hingehen? Ich bin wirklich froh, dass ich nicht Kuchenbäcker geworden bin. Sag ich. Wo ich doch so gerne Kuchen esse. Verstehst du? Kuchenbäcker essen bestimmt nicht mehr gerne Kuchen. War das ein kryptisches Nein? Was war daran kryptisch? Also du willst da nicht hingehen? Doch, sag ich unbedingt. Das hast du jetzt erotisch gemeint, nicht wahr? Wie bitte? Erotisch? Du wolltest sagen ironisch. Nein, ich wollte sagen erotisch. Ich meinte natürlich ironisch, aber ich wollte sagen erotisch. Ich seufze. Ich habe nämlich beschlossen, bei einigen Wortpaaren die Bedeutungen auszutauschen. Sagt das Känguru. So sag ich zum Beispiel statt ironisch jetzt immer erotisch oder statt aggressiv attraktiv oder statt Problem ekzem und jeweils umgekehrt. Und warum machst du das? Na warum wohl? Anfordert das Känguru. Es ist witziger. Gib mir ein Beispiel. Gerne. Sagt das Känguru und überlegt kurz. Das erotische Abfeiern von Germany's Next Topmodel macht mich furchtbar attraktiv. Mich auch. Wenn ich was erotisch abfeiern will, gucke ich mir lieber 70er Jahre Ironiefilme an. Und? Fragt das Känguru. Was? Ist witziger, oder? Ja. Sag ich. Aber ich befürchte, deine Gesprächspartner werden oft lange über deinen Sätzen rätseln. Das ist doch nicht mein Ekzem. Sagt das Känguru. Beschleunigt seinen Personal Transporter und biegt um eine Ecke. Gleich darauf fährt es in genau entgegengesetzter Richtung wieder hinter der Ecke hervor, verfolgt von einer ganzen Gruppe attraktiver Touristen auf Segway Personal Transportern. Einer aus der Gruppe läuft. Er ist der Schnellste. Fasziniert gucke ich allen hinterher. Alter! ruft mir Otto, der vor seiner Bude steht lachend zu. The Fast and the Furious 7, oder was? Wir stehen im Dunkeln draußen vor einem Fünf-Sterne-Tagungshotel. Das Känguru trägt einen schwarzen Frack mit weißer Weste und roter Fliege, einen weißen Schnauzbart und einen Spazierstock mit einem silbernen Knauf. Es holt einen schwarzen Zylinder aus seinem Beutel und setzt ihn sich auf den Kopf. Wie sehe ich aus? Fragt es. Total unauffällig, sage ich. Fast unsichtbar. Fast unsichtbar. Wie zufällig rempelt es einen Mann an, der gerade sein silberfarbenes Oldtimer-Cabriolet geparkt hat. Oh, entschuldigen Sie, Verzeihung, 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 sagt es und kurz darauf sehe ich einen Autoschlüssel in seiner Pfote. Vor dem Eingang des Hotels steht ein etwas dickerer Gast und beschimpft den Portier. Selten habe ich einen so überheblichen Menschen gesehen wie diesen da in seinem etwas zu kleinen Anzug. Der Portier eilt davon. Das Känguru hüpft auf den Gast zu und reicht ihm den Autoschlüssel. Page, sagt es in überheblichem Tonfall mit alter, kratziger Stimme. Fahren Sie bitte meinen 1932er Ford Roadster dort auf einen sicheren Stellplatz. Aber schön vorsichtig. Wenn Sie da einen Kratzer reinmachen, dann haben Sie ein ganzes Jahr umsonst gearbeitet. Äh, verzeihen Sie, sagt der Mann perplex und will den Schlüssel zurückgeben. Hier liegt eine Vorbereitung. Ich will kein Wort hören, schneidet ihm das Känguru das Wort ab. Ich denke, meine Anweisungen waren klar genug. Sie werden hier nicht bezahlt, um wieder Worte zu geben. Schlimm genug, wie sie aussehen. Ich bezahle hier 890 Euro die Nacht und muss mich dann mit einem aus der Form gelaufenen Muffin streiten, den jemand mit Hang zum Fremdschämen in einen viel zu kleinen Anzug gezwängt hat. Was? Oh, kein Wort mehr. Ich will knackige junge Männer in Uniform. Was fällt Ihnen ein? Ich bin... Was fällt Ihnen ein? Ruft das Känguru. Ich weiß, wer Sie sind. Ein kleiner Wurm, ein Zwerg, der den Aufstand probt. Aber ich habe schon Streiks in Taiwan niederprügeln lassen. Da hat Ihr Vater hier noch nicht mal Teller gewaschen. Ich bin fassungslos, ruft der Mann. Jetzt nehmen Sie den Schlüssel. Das Känguru steckt sich die Pfoten in die Ohren, ruft... La 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 la... ...und verschwindet in die Hotellobby. Selten habe ich einen so ratlosen Menschen gesehen wie diesen da mit dem Schlüssel in der Hand. Ich gehe freundlich auf ihn zu, reiche ihm einen kleinen Zettel mit Zahlen und sage... ...mein Gepäck, bitte. Wie verabredet treffe ich das Känguru im Tagungssaal Jürgen W. Möllemann. Dort steigt gerade die Aktionärsversammlung des Tiefkühlkostkonzernes Kofrost. Am Buffet gibt es sehr leckere, frisch zubereitete Speisen. Ich frage mich, ob das außer mir noch jemand witzig findet. Das Känguru steht am Buffet. Ein kleiner dicker Mann mit Fistelstimme redet auf es ein. Unsere Interessenvertreter in Brüssel sind sich mit der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit weitestgehend einig, dass die Lieferung und Zubereitung von frischem Gemüse an Flughäfen aus Hygienegründen bald untersagt werden könnte. Das wäre ein großer Tag für die Tiefkühlkostindustrie. Das Känguru zieht ein Bündel Monopoly-Geld aus seinem Beutel und wedelt sich damit Luft zu. Der Schein bestimmt das Bewusstsein, sagt es. Wie meinen Sie das? Nun, offensichtlich ist es mal wieder gelungen, die Behörde zu bestechen, sagt das Känguru. Was heißt hier bestechen, sagt der Mann. Wir müssen diese Leute nicht bestechen. Die bekommen ein ganz reguläres Gehalt von uns. Er schiebt seine Gabel zweimal vom Teller in den Mund und schluckt hastig. Sie müssen verstehen, Flughäfen sind die Versuchslaboratorien unserer Gesellschaft, fährt er fort. Dort wird ausgetestet, was sich die Menschen alles bieten lassen. Und die Leute akzeptieren wirklich viel. Er wischt sich mit dem Handrücken über den Mund. Wenn das Verbot von frischem Gemüse dort auf keinen Widerstand stößt, könnten wir es bald deutschlandweit, ja EU-weit, weltweit einführen. Der Mann streckt dem Känguru seine Hand hin. Ich heiße übrigens... Sagen Sie nichts, unterbricht es ihn. Einst war ich nämlich einer der berühmtesten Gedankenleser der Welt. Es hält sich seine Pfote an die Stirn. Gregor, sagt es schließlich. Beeindruckend, ruft der Mann. Ich blicke auf das Namensschild an seinem Jackett und gähne. Wie machen Sie das, fragt Gregor. Ach, sagt das Känguru. Je schlichter das Gemüt. Kann man davon eigentlich leben, fragt Gregor. Wovon? Fragt das Känguru unkonzentriert. Na, vom... Na, Sie wissen schon. Woher soll ich das denn wissen, fragt das Känguru verärgert. Kann ich etwa Gedanken lesen? Genau, sagt Gregor. Kann man davon leben? Ach so, sagt das Känguru. Ja, natürlich. Ich schleiche mich einfach auf Veranstaltungen mit vielen reichen Menschen ein und bringe diese dazu, an ihre Geheimzahl zu denken. Ein befreundeter Taschendieb, das Känguru deutet auf mich, besorgt dann später die EC-Karten. Gregor fasst sich reflexhaft an die rechte Jacketttasche. Das Lustige ist, man muss nur in einem Gespräch beiläufig das Wort Geheimzahl sagen, sagt das Känguru, und schon denken die Leute an ihre Geheimzahl, ob sie wollen oder nicht. Ah, hehehe, sagt Gregor. Geheimzahl, sagt das Känguru. Ähm, ich muss mal kurz für kleine dicke Männer, sagt der kleine dicke Mann und torkelt rückwärts davon. Zu spät, ruft ihm das Känguru grausig lachend hinterher. Zu spät. Warum tust du das, frage ich. Weil ich es kann, sagt das Känguru. Ich warte mit Friedrich Wilhelm und Krapotke vor einem großen, mäßig sympathischen Kino am Potsdamer Platz. Der Film fängt gleich an, sage ich. Und das Känguru ist noch nicht da, das stresst mich. Wenn du weißt erst, was Stress ist, sagt Friedrich Wilhelm, wenn dir dein kleines Kind mit einer Intensität und auf einer Frequenz, die du nicht für möglich gehalten hättest, Gack, Gack, ins Ohr brüllt und du in der ganzen bekackten Packung Zookekse keine einzige verfickte Ente mehr findest. Das Känguru hüpft herbei und winkt schon von Weitem mit den Online-Tickets. Es ist eine unfassbare Frechheit, ruft es, ohne groß Hallo zu sagen. Habt ihr gewusst, dass man für Online-Tickets eine bekackte Servicegebühr in Höhe von bekackten 10% des Ticketpreises bezahlen muss? Man muss also dafür, dass man diesem bekackten Kinokonzern Arbeit erspart, mehr von seinem hart verdienten Geld abdrücken. Es wendet sich zu mir. Ich meine, ich habe natürlich mit deiner Kreditkarte bezahlt, aber du hast ja auch hart für dein Geld. Oder sagen wir, es gibt bestimmt Leute, die hart für ihr Geld arbeiten mussten und auch die werden da abgezockt. Du bist spät dran, sage ich. Ja, aber Schuld hat nur das bekackte Online-Ticketsystem. Es will einen nämlich zwingen, pro Ticket eine komplette DIN A4-Seite auszudrucken. Und diese Seite ist bis auf den kleinen Bereich mit dem Ticket voller Werbung. Und das Ausdrucken der Tickets hat dich so lange aufgehalten, fragt Friedrich Wilhelm. Nein. Sagt das Känguru. Beziehungsweise ja. Erst habe ich nämlich eine Stunde lang versucht, nur einen Teil der eingezeigten Seite, also nur das Ticket auszudrucken. Aber das ging nicht. Dann habe ich eine halbe Stunde ohne Erfolg versucht, auf der bekackten Webseite des Kinokonzerns eine Beschwerdestelle zu finden, bei der ich mich beschweren kann. Und dann musste ich erst mal zwei Stunden World of Warcraft spielen, um mich abzureagieren. Und dann habe ich die Tickets ausgedruckt. Wir betreten das Kino. Ich habe sogar ernsthaft darüber nachgedacht, mich beim Kartenkontrolleur zu beschweren. Sagt das Känguru. Das wird was bringen, sage ich. Ich bin mir der Sinnlosigkeit des Unterfangens sehr wohl bewusst, sagt das Känguru. Dankeschön. Der kann ja auch nichts dafür, sagt Friedrich Wilhelm. Ja, ja, sagt das Känguru. Nie kann irgendwo irgendwer irgendwas dafür. Da stellt sich einem allerdings die Frage, warum dann ohne Veranlassung immer und überall so viel Scheiße passiert. Ich bitte dich, den Kartenkontrolleur nicht voll zu quatschen, sage ich. Das wäre mir sehr peinlich. Ist gut. Wir erreichen das Ende der Rolltreppe. Tickets bitte, sagt der Kartenkontrolleur. Hat sich eigentlich schon mal jemand darüber beschwert, dass man für jedes Online-Ticket eine ganze Seite Werbung ausdrucken muss? Fragt das Känguru. Nein, sagt der Kontrolleur. Darüber hat sich noch absolut gar nie jemand beschwert. Das ist doch total doof, sagt das Känguru. Ja, da haben Sie recht, sagt der Mann. Jetzt, wo ich mal darüber nachdenke, das sollte dringend geändert werden. Ich musste sogar viermal dieselbe Seite ausdrucken, sagt das Känguru. Das macht ja den Wahnsinn perfekt, sagt der junge Mann. Gut, dass Sie mir das sagen, weil, wissen Sie, ich bin tatsächlich der richtige Ansprechpartner, denn ich persönlich habe das Online-Ticketsystem programmiert. Wie? Fragt das Känguru. Ich arbeite eigentlich in der Konzernzentrale, bin Chef der Online-Abteilung und bin nur zufälligerweise heute als Kartenabreise eingesprungen, weil jemand anderes krank geworden ist. Aha, sagt das Känguru. Eigentlich wäre heute nämlich Schneider, der Programmchef mit Kartenabreisen dran gewesen, aber seine Kinder haben Streptokokken. Ach so, sagt das Känguru. Aber jetzt muss man sagen, zum Glück, denn nun konnten Sie mir diese gute Information geben und gleich morgen gehe ich in die Online-Abteilung, in der Konzernzentrale und ändere das. Das Känguru mustert den Kontrolleur nachdenklich. Gut, sagt es schließlich. Ändern Sie das. Ich ändere das, sagt der Mann. Gleich morgen. Das Känguru nickt. Das freut mich zu hören. Wir gehen zum Kinosaal. Drei von uns grinsen. Haltet die Klappe, sagt das Känguru. Ey, pass doch auf, du Arschloch! Empört wende ich mich zum Känguru um, aber es hat nur durchs offene Autofenster mit einem anderen Fahrer kommuniziert, der nicht bremsen wollte, als ihm das Känguru die Vorfahrt genommen hat. Ganz ruhig, sage ich. Und ein bisschen vorsichtiger, bitte, ja? Willst du damit etwa sagen, es ist meine Schuld, dass wir gerade fast draufgegangen sind? Ruft das Känguru aufgebracht. Nein, sage ich, es ist meine Schuld. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mich immer wieder zu dir in ein Auto setze. Autofahren macht mich immer total aggressiv. Das liegt an der Idiotendichte. Ja, es gibt relativ viele Idioten im Straßenverkehr. Nein, sage ich, die relative Idiotendichte im Straßenverkehr ist eins. Wie? Fragt das Känguru. Meinst du etwa mich? Nein, sage ich. Ich sprach von relativer Dichte. Dichte ist ja eigentlich Masse durch Volumen, also zum Beispiel Kilogramm durch Kubikmeter. Dies ist aber für die Idiotieforschung nur begrenzt brauchbar, weil zum Beispiel zwei kleine Idioten zu je 60 Kilogramm durchaus mehr nerven können als ein einzelner 120 Kiloidiot. Deswegen ist man dazu übergegangen, zur Bestimmung der Idiotendichte den Bruch aus Anzahl durch Volumen zu nehmen. Die relative Dichte nun beschreibt das Verhältnis zweier Dichten, also zum Beispiel das Verhältnis der Idiotendichte im Straßenverkehr zur durchschnittlichen Idiotendichte in Deutschland. Da im Straßenverkehr keine signifikanten Idiotenfilter aktiv sind, schätze ich, dass Zähler und Nenner identisch sind und dass somit eben diese relative Idiotendichte eins ist. Was ist denn ein Idiotenfilter? Fragt das Känguru. Alles, wodurch man versucht, seinen eigenen Lebensbereich zur idiotenfreien Zone zu machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel eine Haustür, sage ich. Es gibt aber natürlich auch Idiotenmagneten. Webseiten, auf denen man Kommentare hinterlassen kann, sagt das Känguru. Zum Beispiel. Und mit all diesen vielen Worten wolltest du sagen, dass Autofahren zu einfach ist? Fragt das Känguru. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Man müsste also Autos entwickeln, die alle 50 Kilometer einen Intelligenztest machen, sagt das Känguru. Oder einen Wissenstest. Und wenn man den nicht schafft, bleibt das Auto einfach stehen. Ich ahme eine Navistimme nach. Nennen Sie in 50 Metern die Primzahlen von 2 bis 47 und biegen Sie dann rechts ab. Und für alle 10 Stundenkilometer, die man die Geschwindigkeit erhöhen möchte, müsste man auch einen Test machen, sagt das Känguru. Um Tempo 60 zu erreichen, nennen Sie bitte die Namen aller US-Präsidenten seit Eisenhower, sage ich. Blöd wäre nur, dass dann überall liegen gebliebene Autos die Straßen verstopfen würden. Kein Problem, sagt das Känguru. Man muss nämlich den ersten Test schon machen, bevor man das Auto anlassen darf. Um den Motor zu starten, nennen Sie bitte die drei Hauptwerke von Thomas Mann. Na jetzt wird's aber doch schwierig, sagt das Känguru. Wieso darf das Auto entscheiden, was die drei Hauptwerke von Thomas Mann sind? Das ist doch diskussionswürdig. Quatsch, das ist doch sonnenklar, sage ich. Die Buddenbrooks, Tod in Venedig und der Zauberwerk. Und das sind die drei Hauptwerke, weil das die drei Werke sind, die der große Kritiker hier neben mir zufälligerweise gelesen hat? Ich habe nicht zufälligerweise diese drei gelesen, sage ich. Ich habe diese drei gelesen, weil sie die drei Hauptwerke sind. Und was ist mit Josef und seine Brüder? Was ist mit dem Faustust? Tod in Venedig, das sind doch nicht mal 150 Seiten. Aber die kommen einem sehr lang vor. Ich behaupte hiermit, dass man eine Novelle, quasi ein Nebenwerk, überhaupt nicht zu den Hauptwerken zählen darf. Absurd, rufe ich. Einige der relevantesten Werke der deutschen Literatur sind Novellen, die Schachnovelle, die Traumnovelle, der Schimmelreiter, Michael Goh... Unser Auto fängt an zu stottern und bleibt stehen. Hast du getankt? Frage ich. Man muss diese Dinger immer noch betanken? Wir sitzen bei Hertha in der Kneipe. Jetzt, wo du dank mir berühmt geworden bist, sage ich zum Känguru. Stehenspieß kann man auch umdrehen, sagt es. Aber was sich hier denn Trost ist, wirft Hertha ein. Man sagt ja, hinter jedem erfolgreichen Känguru steht ein starker Kleinkünstler. Jedenfalls kommen jetzt ständig Leute und fragen mich, was du für ein Geschlecht hast, fahre ich fort. Wer, Icke? Nein, das Känguru. Hä? fragt das Känguru und guckt kurz vorm Fernseher auf, wo Fußball läuft. Die Leute sagen, du hättest dir einen Beutel, würdest dich aber so männlich verhalten. Was? fragt das Känguru. Ich hab gar nicht zugehört. Ich sagte, dass mich immer wieder Leute darauf ansprechen, dass du einen Beutel hast, dich aber eher männlich verhalten würdest. Ach, männlich, weiblich, sagt Hertha. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Sie steht auf und geht weiter. Meine Rede, sagt das Känguru. Nur weil ich einen Beutel habe, soll ich einen rosa Tütü anziehen und Venti lesen oder was? Soll ich mir ein Überraschungseifer Mädchen kaufen? Soll ich öfter mal heulen, wenn wir uns streiten? Worauf bist du hinaus? Ich gucke demonstrativ am Känguru vorbei. Was ist jetzt schon wieder los? fragt es. Nichts. Schluchze ich. Du weißt noch was? Nein. Sage ich und trockne meine Augen. Ich hab nichts. Na, dann ist ja gut. Wenn du nicht selbst drauf kommst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Jetzt sag endlich, was Sache ist. Wenn es geil ist, ich hab Hunger und muss aufs Klo. Sag ich. Ah. Sagt das Känguru und winkt ab. Hol mir mal ein Bier aus der Küche. Ein Bitte wäre nett. Ja, ein Bier wäre nett. Sagt das Känguru unkonzentriert. Und einen Schnaps. Ich gehe zu Hertha in die Küche. Ein Bier und einen Schnaps für das Känguru und einen alkoholfreien Prosecco für mich. Sag ich. Allüren hast du. Sagt Hertha. Ich würde mir die rausnehmen lassen. Sie gibt mir einen Schnaps und zwei Bier. Aber was soll ich denn nun antworten? Dann frage ich das Känguru, als ich wieder zurück bin. Wem? Na, den Leuten. Worauf? Auf die Frage, welches Geschlecht du hast. Warum ist das überhaupt wichtig? Fragt das Känguru. Wollen mich die Leute einstellen und mir eventuell weniger Gehalt zahlen? Am besten du schreibst ein neues Buch und nennst es Warum Kängurus nie zuhören und Marc-Uwe es schlecht einparken. Was hast du denn bisher geantwortet? Nur, dass du versuchst, überkommene Geschlechter und Rollenklischees aufzubrechen. Das Känguru schüttet sich den Schnaps in sein Bier und trinkt das Ganze durch einen Strohhalm. Klingt doch nicht schlecht. Sagt es unrülps. Ja, aber die Leute hängen sich immer an dem Beutel auf. Sagt das Känguru. Immer dieser Biologismus. Vielleicht habe ich mir den Beutel ja nur angetackert. Warum sollte sich irgendjemand einen Beutel antackern? Na, weil so ein Beutel einfach verdammt praktisch ist. Sagt das Känguru. Ich wende mich zum Fernseher und gerne das Fußballspiel an. Wollen wir nach Hause gehen und Dirty Dancing gucken, frage ich. Aber in doppelter Geschwindigkeit. Klingt vernünftig. Ich muss nur noch kurz auf Toilette. Sagt das Känguru und steht auf. Ich komme mit, ruf ich. Wir gehen auf den Ausgang zu. In ihrem Flur hat Hertha zwei beschriftete Dixi-Klos aufgestellt. Das ist der Moment der Entscheidung, wohnlich. Auf dem vorderen Klo steht Ossis, auf dem hinteren steht Wessis. Wir gehen auf die Straße und pissen gegen ein Plakat des Ministeriums für Produktivität. Es heißt ja, und das nicht zu Unrecht, geben sei seliger der Nehmen. Sagt das Känguru. Auch ist allen klar, dass man dem Geber Dank schuldet, wohingegen der Nehmer zu danken hat und da Sprache eine Waffe ist. Lassen Sie mich kurz etwas über die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer klarstellen, bevor wir dieses sogenannte Bewerbungsgespräch fortführen. Der Personalchef ihm gegenüber zuckt mit den Achseln. Das Känguru rückt das ockerfarbene Sakko seines Hosenanzuges gerade, zupft ein wenig an seiner Bluse herum und legt dann seine Finger so vor dem Bauch zusammen, dass sie eine Raute bilden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sagt das Känguru. Diese beiden Wörter sind falsch. Es sind Wortzusammensetzungen, nur geschaffen, um die Wahrheit zu verdrehen, die Arbeitenden zu verwirren. Ja, es sind Klassenkampfkompositar. Bitte beachten Sie die gelungene Alliteration. Eigentlich ist nämlich der sogenannte Arbeitgeber der Arbeitnehmer und der sogenannte Arbeitnehmer der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer nämlich gibt seine Arbeit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeber nimmt die Arbeit des Arbeitnehmers und verwertet diese zu seinem Gewinn. Ja, stimmt, sagt der Personalchef. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da ich mich nicht an dieser Verblendung des Volkes beteiligen möchte, sagt das Känguru, bitte ich um Ihr Verständnis dafür, dass ich diese beiden Wörter im vertauschten oder vielmehr vertauscht scheinenden, aber eigentlich richtigen Sinn benutzen werde. In demselben Problemkomplex gehört übrigens auch, dass sich der Arbeitende bewerben muss. Dabei müssten doch vielmehr Sie als Arbeitnehmer sich mir als Arbeitgeber schmackhaft machen. Erzählen Sie doch mal etwas über Ihr Unternehmen. Äh, nun, sagt der Mann, wir bei Großbauplanung Albertia sind, äh, äh, flexibel, belastbar, innovativ, kreativ, äh, teamfähig, äh, und begeisterungsfähig und, äh, und... Kreativ, sagt das Känguru. Ich verstehe. Es steht auf. Gut, das reicht, sagt es. Rufen Sie mich nicht an, ich rufe Sie an. Nein, bitte, geben Sie uns noch eine Chance, stammelt der Personalchef. Marc-Uwe, hol schon mal den Wagen, sagt das Känguru. Ich verlasse das Büro und setze mich mangels Wagen ans offene Fenster im Vorzimmer. Eine knappe halbe Stunde später verlässt das Beuteltier das Büro. Und wie war's? frage ich im Aufzug. Ich muss den leider feuern, sagt das Känguru. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, sagt das Känguru. Ich bin Schatzmeister des Verbandes Deutscher Floristen, der sogenannten Blumen Group. Sicher haben Sie schon von uns gehört. Naja, äh, nun gut, welche Summe sollen wir denn für Sie anlegen, fragt der Bankberater. Eine halbe Million, sagt das Känguru. Oh, sagt der junge Mann und wird spürbar freundlicher. Ein stattliches Sümmchen. Ja, sagt das Känguru. Es ist mir durch ein paar Tricks gelungen. Unter uns Verbrechern brauche ich ja nichts verheimlichen. Nein, natürlich nicht, sagt der junge Mann lächelnd. Es ist mir gelungen, einige Gelder vor der Steuer zu retten und in meine private Tasche umzuleiten. Ganz prima. Mein alter BWL-Professor, sage ich leutzählig, ein Typ, der sich seine Resthaare über die Glatze gegeht hat, sagte immer, eine Bank ist wie ein Friseur. Man geht hinein und verlangt, einmal waschen und anlegen bitte. Ja, ähm, wie sollen wir das Geld denn anlegen, fragt der Bankberater. Machen Sie das Portfolio ruhig, so wie ich meine Steaks mag, sagt das Känguru. Aha, sagt der Mann. Well done. Nein, sagt das Känguru. Blutig. Wie bitte? Sie verstehen mich schon, sagt das Känguru. Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten und je größer die Ausbeutung, desto größer die Rendite. Das ist doch klar. Gehen Sie da ein, wo es weh tut. Ich will dritte Welt, 16 Stunden Tage, Kinderarbeit, ich will Landminen, Streubomben, Atomkraftwerke, ich will Rohstoffe aus Krisenregionen, Öl aus Naturschutzgebieten, spekulieren Sie mit Lebensmitteln, egal was. Ich weiß nicht, sagt der Mann. Vielleicht sollten Sie mit meinem Vorgesetzten, der kennt sich da besser aus. Nein, 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 sagt das Känguru. Sie schaffen das schon. Mir ist ja völlig egal, was Sie mit meinem Geld machen. Hauptsache, Sie machen mich reich. Nein, das trifft es nicht. Hauptsache, Sie machen mich noch reicher. Das ist natürlich mein Job, sagt der Mann, aber ich will auch nichts anderes, als all die anderen, die Ihr Geld hier anlegen, sagt das Känguru. Nein, nein. Stört es Sie etwa, dass ich so offen bin? Nun ja, also ich nun. Sie sind mir ja ein Herz, sagt das Känguru. Wenn Sie Guts tun wollen, hätten Sie nicht Banker werden dürfen. Nein, nein, ich will natürlich nichts Gutes tun, aber na fein, von mir aus, sagt das Känguru. Ich kann es auch wie in Ihrer Werbung formulieren. Suchen Sie mir bitte Firmen und Konzerne, die in den ärmsten Ländern der Welt wichtige Investitionen tätigen und mithelfen, diese Länder aufzubauen und den Menschen dort Perspektiven durch Arbeitsplätze zu bieten, das Känguru fängt an zu lachen, die die Infrastruktur und die Segnungen der Marke ein hysterischer Lachkrampf hinter das Känguru am Weitersprechen. Sie, Sie machen mir Angst, sagt der Mann. Das Känguru hört abrupt auf zu lachen. Sie wollen mein Geld nicht haben? fragt es. Seien Sie versichert, ich finde einen Schreibtischtäter, skrupellos wie ich, der keine moralischen Bedenken hat, für mein Anlagekapital Provision einzustreichen. Und Sie haben anscheinend den falschen Beruf. Es steht betont langsam auf. Denken Sie mal darüber nach. Guten Tag. Wir verlassen den verdutzten jungen Mann und die Bankfiliale. Und nun? frage ich. Tja, sagt das Känguru. Noch die Commerzbank da vorne. Dann machen wir Schluss für heute. Ist er schon wieder eingeschlafen? fragt das Känguru und blickt von seinem Buch auf. Ich zucke mit den Schultern und stupse Friedrich Wilhelm an. Er schreckt hoch und schüttelt sich. Mein Körper ist ein ausgetrockneter Schwamm, sagt er. Und er saugt Schlaf. Das Känguru ist schon wieder in seinem Buch versunken. Was liest du da eigentlich? fragt Friedrich Wilhelm. Eine Trilogie? sagt das Känguru. Was sonst? sage ich. Die Welt ohne Eigenschaften. sagt das Känguru. Drei Romane komplett ohne Adjektive. Anstrengend. Friedrich Wilhelm niest unglaublich laut. Was ist das? Wisst ihr, all diese Seuchenfilme, sagt er. Outbreak, Twelve Monkeys, 28 Days Later. Die sind alle Quatsch. Wenn wirklich mal eine tödliche Pandemie ausbricht, dann kommt der Virus nicht aus dem Dschungel und auch nicht aus Tierversuchslaboratorien, sondern aus einer Kita. Er muss wieder niesen. Was? Wahrscheinlich sogar aus unserer Kita. Und wie geht's denn eigentlich deinem kleinen, äh, Kind? frage ich. Du hast schon wieder vergessen, wie es heißt, sagt Friedrich Wilhelm. Und nicht nur das, du hast sogar vergessen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ach, Junge, Mädchen, sage ich. Das sind noch bürgerliche Kategorien. Es ist ein Junge, sagt Friedrich Wilhelm. Und er, das Känguru taucht wieder aus seinem Buch auf. Habt ihr schon einen Namen? fragt es. Der Junge ist 15 Monate alt, sagt Friedrich Wilhelm. Natürlich haben wir schon einen Namen. Lass mich raten, sagt das Känguru. Er heißt Friedrich Wilhelm II. Nein, er heißt Bartholomeus. Oh, sage ich. Ja, oh, sagt Friedrich Wilhelm. Das finde ich gut, sagt das Känguru. Ein ganz normaler Name, nicht so etwas angeberisch abgehobenes. Jetzt wollen wir noch zwei Mädchen, sagt Friedrich Wilhelm. Die eine soll Elisabeth heißen, die andere Margarete. Aha, Barth, Lisa und Maggie, fragt das Känguru. Ja, sagt Friedrich Wilhelm. Was dagegen? Dein Ding, Homer, sage ich. Was macht ihr, wenn eure Elisabeth ein Junge wird, fragt das Känguru. Dann wird er es schwer haben auf dem Schulhof, sagt Friedrich Wilhelm. Er niest noch einmal. Barth hat mich echt schon wieder angesteckt. Friedrich Wilhelm seufzt. Ach, die Evolution hat das schon sehr geschickt gemacht, sagt er. Kein Erwachsener würde sich je freiwillig um so ein schreiendes, zeit- und schlafraubendes Bündel Hilflosigkeit kümmern, wenn es nicht so verdammt niedlich wäre. Man könnte sich aber durchaus auch eine Parallelwelt vorstellen, in der die Kinder total hässlich, aber sehr hilfsbereit sind. Ich denke, das würde auch funktionieren. Also quasi, die Babys kommen aus dem Mutterleib raus, sehen wirklich widerwärtig aus, machen aber als erstes mal den Abwasch und erzählen einem danach, was man für ein toller Typ ist. Wenn ich mich zwischen den Welten entscheiden dürfte, ich, ich müsste länger darüber nachdenken. Ich blicke zu Friedrich Wilhelm. Ist er schon wieder eingeschlafen? Fragt das Känguru. Ich nicke. Vielleicht sollte lieber einer von uns beiden fahren, sagt das Känguru. Wir betreten eine Klosterkirche. die laut einem Schild am Eingang das schönste Beispiel nordostdeutscher Backsteingotik nordöstlich von Stralsund ist. Ich bewundere die kunstvoll gemauerten Ornamente. Ostern und Weihnachten feiern und beschenken sich die Leute, aber was in der Bibel steht, das weiß doch kaum einer mehr, sage ich. Es ist eine Schande. Kurz blickt mich das Känguru irritiert an. Dann lachen wir herzlich. Für eine Sekunde dachte ich, du meinst das ernst, sagt es. Aber mal ernsthaft, sage ich. Kennst du zum Beispiel noch die 10 Gebote? Na klar, sagt das Känguru. Wir jungen Pioniere lieben unsere deutsche demokratische Republik. Wir jungen Pioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion. Es beginnt an seinen Fingern mitzuzählen. Wir jungen Pioniere tragen mit Stolz unser blaues Halstuch. Wir jungen Pioniere achten unsere Eltern, lieben den Frieden, halten unseren Körper sauber, singen und tanzen, spielen und basteln gern. Wir jungen Pioniere haben keine Partei neben unserer Partei. Wir jungen Pioniere drängeln uns in der Schlange nicht vor und helfen Frau Schabowski ihre Einkäufe nach Hause zu tragen. Ich meinte natürlich die Gebote von Gott, sage ich. Ach so, sagt das Känguru. Wir jungen Pioniere sollen nicht Ehe brechen und dergleichen. Ja, sage ich. Oder so ähnlich. Aber ich habe nur acht jungen Pioniergebote genannt, sagt das Känguru. Ich möchte noch versuchen die restlichen. Neuntes Gebot, sage ich. Wir jungen Pioniere sollen nicht begehren unseres Westens Waren, Fernsehsender, Reisefreiheiten noch alles, was unser Westen hat. Quatsch, sagt das Känguru. Neuntes Gebot. Wir jungen Pioniere lesen gerne Frösi. Was? Frösi, sagt das Känguru. Fröhlich sein und singen. Das Pioniermagazin für Jungen und Mädchen der DDR. Unglaublich. Du kannst dir das als eine ideologisch etwas gefestigtere Variante von Yps vorstellen. Frösi, sage ich. Noch nie zuvor schien mir der totale Zusammenbruch dieses Staates so gerechtfertigt wie jetzt. Frösi, das ist ja wohl der uncoolste Name aller Zeiten. Was waren die Gimmicks? Ein 3D-Bild von Honecker? Wir hatten nur 2D. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche. Was tust du? fragt das Känguru. Man darf in einer Kirche höchstens den Herrn anrufen und ich glaube nicht, dass du seine Nummer hast. Ich will eure zehn Gebote googeln. Zweifelst du etwa meine Worte an? fragt das Känguru. Ja, genau. Das Känguru guckt mir über die Schulter. Und? fragt es. Stimmt alles, was? Nein, sage ich, aber es stimmt erschreckend viel. Das zehnte Gebot war ernsthaft. Wir Jungpioniere tragen mit Stolz unser blaues Halsduch. Da kann man sich richtig vorstellen, wie sich der Erich mit der Margot zusammen den Kopf zerbrochen hat, denn der Walter hatte ja gesagt, sie sollen sich zehn Gebote ausdenken, doch gegen Ende ist ihnen wirklich gar nichts Gescheites mehr eingefallen. Aber es konnte ja nicht angehen, dass der Sozialismus nur neun Gebote hat wo doch das Christentum zehn hat und die neun Gebote, das klang auch irgendwie so arm nach Mangel und der Begriff die zehn Gebote war eben so schön vorgeprägt. Zehntes Gebot, wir Jungpioniere essen gerne Plätzchen, sagt das Känguru. Apropos Plätzchen, willst du ein Plätzchen? Es zieht eine Dose mit selbstgemachtem Gebäck aus seinem Beutel. Gerne, sage ich, beiße in einen Keks und muss feststellen, dass er härter ist als mein wurzelbehandelter Backenzahn. Ich vergaß zu erwähnen, sagt das Känguru. Die Kekse sind noch vom letzten Jahr. Aua. Vielleicht auch von vor zwei Jahren. Das Känguru überlegt. Nee, vor zwei Jahren habe ich keine gebacken. Vor drei vielleicht. Nee, guck mal. Es lacht. Auf die Dose habe ich ja den Frösi-Elefanten geklebt. Stimmt, da war mal eine Plätzchen-Backmischung in der Frösi. Ich spucke den halbgegessenen Keks in ein Taschentuch. Schmeckt wie gebackene Uhrzeitkrebse, wenn du mich fragst. Sie sind hier zu uns auf die Wache gebracht worden zur Feststellung ihrer Personalien, sagt der Polizist. Es ist mir immer das größte Vergnügen der Staatsgewalt in all ihren Wünschen willfährig zu sein, sagt das Känguru. Jutti, sagt der Polizist. Fangen wir mal beim Wichtigsten an. Nationalität. Mein Vater war Inzu, meine Mutter war Bordi, sagt das Känguru. Wat? Eingeborenenstämme der Terra Australis Inkognita, sage ich. Wilde oder wat? fragt der Polizist. Fuchsteufelswild, sagt das Känguru. Na jut. Der Polizist schreibt auf Inzu Bordi Nation. Das Känguru lächelt sanft. Weiter, Name, fragt der Polizist. F, sagt das Känguru. H-E-Doppel-F. Vorname. Christiane. Brunhardt. Hartenbergplatz. Beim Bahnhof Zoo. Ja, genau, sagt das Känguru. Christiane, Heft vom Bahnhof Zoo, fragt der Beamte. Er zerknullt das Blatt vor sich und nimmt ein neues. Na jut, ik hab ja auch Humor, aber begrenzt. Er wendet sich zu mir. Probieren wir's mal mit Ihnen. Vorname? Äh, Franz, sage ich. Nachname? Biberkopf. Lass uns mal raten, Wohnort Berlin-Alexanderplatz. Was wird jetzt hier? Ein Quiz? Ja, sagt das Känguru. Genau, ein Quiz. Bernd, ruft der Beamte seinen Kollegen. Wassele Bruno. Komm mal, hier sind's wir, die machen ein Quiz mit uns. Bernd kommt hinzu. Vorname, fragt Bruno. Friedrich Wilhelm, sagt das Känguru. Von Hohenzollern, gell? fragt Bernd. Das Känguru schüttelt den Kopf. Nee, sagt Bruno. Kategorie ist Literatur. Und wie ist der Nachname? fragt Bernd. Folgt, sagt das Känguru. Schon schwieriger, sagt Bruno. Beruf? fragt Bernd. Schuhmacher, sagt das Känguru. Und nun ja, Hauptmann. Na, wenn dat nicht der Hauptmann von Köpenick ist, wa? ruft Bruno. Soll ich das einloggen? fragt das Känguru. Bruno nickt. Ihre Antwort ist richtig, ruft das Känguru. Bruno und Bernd klatschen ab. Nochmal, ruft Bernd. Inzwischen haben sich auch die restlichen Wachhabenden um uns gescharrt. Wohnort, fragt Bruno. Kreuzberg, sag ich. Name? Lehmann. Zu einfach, ruft einer der Hinzugekommenen. Zu einfach, Vorname Frank Weeke. Allgemeines Gejubel. Ich nutze die Ablenkung, um dem Känguru ins Ohr zu flüstern. Durchaus witzig, aber ich sehe noch nicht ganz, wie uns diese Quiznummer aus dieser kritischen Situation herausbringt. Das Känguru nickt. Aufgepasst, meine lieben Kandidaten, ruft es, zieht zwei Flaschen Doppelkorn sowie zehn Schnapsgläser aus seinem Beutel und stellt alles auf den Schreibtisch. Ab jetzt gibt's für jede richtige Antwort eine Runde Schnaps. Dein wohlwollendes Raunen geht durchs Publikum. Name? fragt Bernd. Tischbein, sag ich. Worname? Emil. Schwierig, wurmelt Bruno. Das Känguru schenkt ein und sagt, ich bin mir sicher, dass ihr draufkommt, meine lieben Detektive. Wir betreten einen Kaffee. Sofort erstache ich. Was ist denn los? fragt das Känguru. Da hinten ist Ronny Fischer, sag ich. Wer? Er steht auf meiner Todesliste. Wieso das denn? Er hat mir vor 23 Jahren das Ende von das Imperium schlägt zurückverraten. Ronny sieht mich und winkt mir freundlich zu. Ich winke zurück, lächle und zischle dabei leise. Du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Wir setzen uns an einen freien Tisch und das Känguru zieht sofort ein Buch aus seinem Beutel. Liest du jetzt? frag ich. Mein Lebensmotto lautet Keine Minute Langeweile, sagt das Känguru. Du könntest dich auch mit mir unterhalten, sag ich. Hast du mir nicht zugehört? fragt das Känguru. Ich nehme das Buch des Kängurus vom Tisch und schlag es auf. Der Riesenzwerg Ulf zog sein Kurzschwert Knups aus dem lieblosen Körper Dragonduils des Blassblauen, lese ich vor. Er nahm dem toten Zauberer den Ring der sieben Regenbogen ab und steckte in der Wunderhure Schandall an den Ringfinger der linken Hand. Lüstern bettete er sie auf den schwarzen Altar, schlug ihre Röcke hoch und glitt zwischen ihre Schenkel. Lass mich, sagte die Wunderhure plötzlich, erst müssen wir heiraten. Ulf ließ von ihr ab. Natürlich, sagt er, wie konnte ich das vergessen? Ich muss meinen Luden finden, den König der verschollenen Stadt und er muss uns seinen Segen geben, sagte Schandall. Ich werde auf dich warten, sagte der Riesenzwerg und wenn es zwei Ewigkeiten dauert. Ich lege das Buch zur Seite. Zwei Ewigkeiten, frage ich. Ernsthaft? Da hat ja wohl einer das Konzept von Ewigkeit nicht verstanden. Entschuldige mal, sagt das Känguru. Hast du mir da gerade den Schluss des Buches vorgelesen? Äh, oh, ups, sorry. Das Känguru zieht eine lange Liste mit Namen aus seinem Beutel und schreibt meinen ans Ende. Ich stehe irgendwo auf dem New Yorker Flughafen und weiß nicht wohin. Sir, komm mit mir. brüllt ein beeindruckend kräftiger Sicherheitsmann quer über den Flughafen. Er deutet mit seinem Zeigefinger in meine Richtung. Ich drehe mich um. Leider steht niemand hinter mir. Er sagt, I want you. To want me? frage ich eingeschüchtert. No, I want you. So bad? frage ich. No, I want to break free? frage ich. Entschuldigung, immer wenn ich Englisch spreche, schießen mir diese Liedzitate durch den Kopf und irgendeine Zwangsstörung nötigt mich dazu, diese sofort auszusprechen. Leider spricht der Mann kein Deutsch. What? He said Captain. I said what? He said Captain. Shut up. And let me go, sage ich. Er droht mir mit seinem Zeigefinger. I want you to follow me, sir, sagt der Mann. Please. Äh, okay, sage ich und denke I will follow him, follow him wherever he may go. Der Mann stufst mich an und sagt Come with me. Aha, yeah, sage ich und singend folge ich ihm. Er führt mich in einen kleinen Raum und setzt sich mir gegenüber an den Schreibtisch. Mr. Kling, could you keep calling me sir? frage ich. Sir Kling? Well, Sir Kling, I wanna be sedated? No, I have to go to the bathroom. No, and I do not know any song with that line. You're right, that wasn't a song. I'm sorry. Where is my mind? Anyway, please tell me, Lies, tell me sweet little lies. No, I'll tell you what I want. What you really, really want? Would you please stop? In the name of love? In the name of the semi-automatic rifle I'm carrying. Ich nicke. Thank you. I need to ask you what you do. I did do nothing, sage ich. I swear, by the moon and the stars and the sky. I meant, what is your profession, your job, at home, in Germany? Oh, I am an artist. I mean, a small artist. Or, maybe you'd call it a little artist. No, that would be a juggling dwarf. Well, you see, I go on stage and tell stories. You are a comedian. Well, um, um, yeah, okay, I'm a comedian. I thought so, sagt der Mann. Very funny. Well, thank you. Well then, der Mann gibt mir meinen Koffer. Have a nice day, Sir Kling. Welcome to The House of Fun, The United States of America. Ich verlasse den Raum. Das Känguru wartet schon auf mich. Probleme gehabt? Fragt es. Nö, sage ich. Alles wie immer. Wir sind nach New York geflogen. Im Hostel angekommen, öffnet das Känguru sein Koffer. Auf einem Haufen Unordnung liegt ein Zettel. Darauf steht, Ihr Gepäck erregte Verdacht und wurde deshalb aus Sicherheitsgründen geöffnet. Your suitcase aroused suspicion and was therefore opened for security purposes. Schräg, sage ich und nehme den Zettel. Wenn ich mal wieder eine Band zusammenbringe, nenne ich sie Mark-Uwe and Suspicious Suitcases. Ja, ja, sagt das Känguru. Und wenn's morgen Puderzucker schneit, kann man die Krapfen zum Fenster raushalten. Was? Und wenn du mal einen Fastfoodladen aufmachst, kannst du ihn Burger-Klingen nennen. Hast du gewusst, dass sie unsere Koffer durchwühlen und danach sogar Liebesbriefe schreiben? Das Känguru nickt bedächtig. Ja, darauf war ich vorbereitet. Es öffnet meinen Koffer. Auch darin liegt auf den zerwühlten Sachen ein großer Zettel. Ich nehme ihn heraus und lese in der Handschrift des Kängurus. Who that reads is an idiot. Es lächelt triumphierend. Ich drehe den Zettel um. Hinten hat jemand draufgeschrieben. Who that wrote can't English. Da soll noch mal einer sagen, Grenzbeamte hätten keinen Humor, sage ich. Unzählige weitere Botschaften an das Grenzpersonal sind in meinem Koffer versteckt. Wahllos greift das Känguru ein paar Zettel heraus und liest sie vor. You never were on the moon. It was only a TV-Studio. The American dream has become a blowjob in a pickup truck. Somewhere close to the dirty underwear is a copy of 1984. Why don't you read that? Ich nehme dem Känguru den Zettel ab. Hinten steht drauf We have read it years ago. We are working on it. Ich werfe die restlichen Zettel zurück in den Koffer. Dass ich die Nachrichten in deinen Koffer getan habe, war okay, oder? fragt das Känguru. Das erklärt einiges, sage ich. Und ich glaubte, ich hatte Pech gehabt, wäre in eine zufällige, verdachtsunabhängige Kontrolle geraten. Ich dachte halt, ich selber hätte wegen der gefälschten Papiere bestimmt auch so schon genug Stress beim Einreisen und deswegen wäre es so besser. Ein aus deiner Perspektive total nachvollziehbarer Gedankengang. Schön, dass wir einer Meinung sind. Da hast du mich falsch verstanden. Aber sag mal, wo du dir so viel Mühe gegeben hast, da wäre es ja fast ärgerlich gewesen, wenn sie meinen Koffer gar nicht durchwühlt hätten. Oh, dafür habe ich schon Sorge getragen, sagt das Känguru und wirft die Wäsche aus dem Koffer. Es hat das Stromkabel meines Notebooks zu Buchstaben drapiert. Diese bilden zwei Wörter. Bomb inside. Wir stehen in Downtown Manhattan in einer langen Schlange vor einem Take-away-Pizza-Laden. Schweigend warten wir eine Weile. Boah, dauert das? Flucht das Känguru schließlich. Ich fühle mich wie in diesem einen Theaterstück, sage ich. Welches Theaterstück? Warten auf To Go. Very funny, you old joke cookie. Ich blicke mich gelangweilt um. Neben dem Pizzaladen ist ein Starbucks, ein McDonalds und ein geschlossener Schlecker. Gegenüber eröffnet gerade ein neuer Bubble-Tea-Laden. Pizza ist ja übrigens vor einiger Zeit vom US-Kongress als Gemüse klassifiziert worden, sagt das Känguru. Hast du das gewusst? Was für ein unfassbar geiler Satz, sage ich. Kannst du den bitte wiederholen? Pizza ist ja übrigens vor einiger Zeit vom US-Kongress als Gemüse klassifiziert worden, sagt das Känguru. Ein Hammer, sage ich. Das ist mein neuer Lieblingssatz. Was war denn dein alter Lieblingssatz? Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Goldkettchen. Wer hat das gesagt? Fragt das Känguru. 50 Cent? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Interessiert dich eigentlich gar nicht, warum der US-Kongress Pizza als Gemüse klassifiziert hat? Fragt das Känguru. Na, bestimmt gibt es irgendeine Vorschrift, die besagt, dass Mahlzeiten in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen, was weiß ich, bestimmt geht es um das Essen an Schulen, das muss wahrscheinlich aus einem so und so großen Anteil Gemüse bestehen und dagegen hat die Fast-Food-Industrie finanziell gut ausgestattet Einwände erhoben und dann hat man quasi als Kompromiss einfach Pizza als Gemüse klassifiziert. Du hast mir meine Geschichte kaputt gemacht, sagt das Känguru. Es war so, ja? Ja. Der Kongress hat beschlossen, dass alles, was zwei oder mehr Teelöffel Tomatensauce enthält, als Gemüse bezeichnet werden darf. Toll, sage ich. Wer definiert, der regiert. Sicher, sagt das Känguru. Ich glaube, die nächste Meldung dieser Art wird sein, einem Vorschlag des Deutschen Zigarettenverbandes folgend, wurden Zigaretten aufgrund des hohen Anteils an getrockneten Pflanzen vom deutschen Parlament heute als Frühstücksserialien eingestuft und sollten somit Teil einer jeden gesunden Ernährung sein. Witzig, sage ich. Der Obama, sagt das Känguru nachdenklich, der ist ja eigentlich einer von den Guten, nur lassen ihn die anderen nicht. Witzig, sage ich. Nein, sagt das Känguru. Ich meine das ernst. Der kann nicht, wie er will. Aber der ist Jurist. Darum macht er so Tricks. Wie bitte? Na, du musst das mal zu Ende denken, sagt das Känguru. Wenn jetzt zum Beispiel du zwei oder mehr Teelöffel Tomatensauce essen würdest, ja, dann enthältst du die ja. Und? Bist dann also per Definitionem ein Gemüse. Und? Es gibt keine Gemüserechte, sagt das Känguru. Jetzt muss er nur noch anordnen, dass die Leute in Guantanamo einfach jeden Tag Spacke die mit Tomatensauce zum Mittag kriegen, dann ist das lagerrechtlich kein Thema mehr. Wir schlendern die New Yorker Wall Street entlang. Zwei Halbstarke überholen uns. Ey, Alter, ich hab gehört, Stanerton Purs hat letztens deine Mutter abgewertet, sagt der Dicke. Na und? fragt er lange. Dafür hat Moody's meine Freundin als Doppeltee eingestuft. Die fortschreitende Ökonomisierung der Gesellschaft nimmt erschreckende Ausmaße an, sagt das Känguru. Ich nicke. Was sind eigentlich Moody's? fragt er lange. Ich glaube, so heißt der Irish Pub hier in der Straße, sagt der Dicke. Dann verschwinden sie aus meiner Hörweite. Das Känguru bleibt vor einem Kiosk stehen. Do you have Schnapspralinen? fragt es den Verkäufer. Der Verkäufer blinzelt nur. Is a kind of Praline, weiss Schnaps? Der Verkäufer reagiert nicht. Schnaps Pralinen, sagt das Känguru noch mal laut und deutlich. Der Verkäufer deutet auf einen Button an seiner Hemdtasche. Darauf steht, I hate tourists. Das Känguru zeigt mir seine zitternden Pfoten. Old Turkey, sagt es. Dann deutet es auf ein Kneipenschild ein paar Meter die Straße hinauf. Da steht Moody's. Moody's ist wirklich ein Irish Pub? frag ich. Ich dachte immer, das sei eine Ratingagentur. Oh, es ist beides, sagt das Känguru. Am Stammtisch drin sitzt ein alter Mann, der liest die Ratings im Bodensatz seiner Guinness Gläser. In dem Wolkenkratzer hinter dem Pub werden seine Analysen dann ausgewertet und an die Banken und die Medien weitergeleitet. Ich dachte immer, die würfeln, sag ich. Nein, nein, sagt das Känguru. Das machen nur die von Standard & Poor's. Und was machen die bei Fitch, frag ich. Die haben einen Lory, einen von diesen total langsam kleinen Faulaffen, sagt das Känguru. Den lassen sie in einer Buchstabensuppe fischen. Ich sitze in einem New Yorker Hostel beim Frühstück. Es gibt trockene Bagels und das gleiche, eklige, warmgehaltene Rührei wie am Tag zuvor. Nein, nicht das gleiche. Dasselbe. Für 100 Dollar pro Nacht pro Person im Sechsbettszimmer kann man hier wohl nicht mehr erwarten. Das Känguru setzt sich zu mir an den Tisch und schmiert sich Schnapsbralinen auf einen Bagel. Nach einer Weile kommt ein fröhliches, rothariges Mädchen Anfang 20 und setzt sich und ihren absurd großen Rucksack neben uns und fängt sofort an, sehr schnell zu reden. Hey, I'm a student. Are you students too? Have you been here before? I've never been here before. New York is so awesome. Traveling is so awesome. I'm traveling. Are you traveling too? No, I live in this hostel. Unterbricht das Känguru sie. You're a kangaroo. That's so great. I just love animals. Do you love animals too? I'm a huge fan of ALF. ALF? Frage ich. From Melmark? No, ALF, A-L-F, the Animal Liberation Front. They are so great. I'm kind of thinking about, you know, joining them someday. Have you ever joined something before? I have joined Hostelling International. I'm staying in this hostel. Do you also live in this hostel, like the kangaroo? Uh, no, sage ich. I'm just here for the famous breakfast. Yes, it's just perfect. It's the best. The world is so beautiful. I love life. What's your name? My name is Sarah. Where are you from? I'm from. Sie nick plötzlich dem Känguru zu. Oh, you're from Australia, right? Das Känguru dreht, ohne den Kopf zu bewegen, seine Augen zu dem Mädchen hin und sagt nichts. That's amazing. It's like, you know, I don't know, kind of like, whatever, and stuff. You know? Das Känguru dreht den Kopf zu mir. Hä? Ich zucke mit den Schultern. Das Mädchen grinst unfreundlich an, als erwarte es eine Antwort. Yeah, sage ich. So cool, sagt sie. Yeah, sage ich. Crazy, sagt sie und schüttelt Kopf und Arme. It's like, sage ich, well, I don't know, kind of like, well, you know. Exactly, sagt sie, just what I was thinking. It's like, sagt das Känguru. Well, like, I don't know, you know, whatever it is you're talking about. Yeah, absolutely. So where are you from? Oh, you're from Australia, right? I'm from Russia and he's from Disney World, sagt das Känguru. Oh, how cool, that's awesome. Disneyland, I've always wanted to go there. My brother went to SeaWorld once. Great, sage ich. That's kind of like a guy telling a girl that he's from Germany and she replies that her third great cousin's best friend went to Amsterdam once. That's so cool, your cousin's from Amsterdam? You can smoke there, right? I mean, kind of, you know, not just, well, like, cigarettes and stuff, you know? Das Känguru seufzt. Yeah, sage ich. Ich sitze allein am Flughafen von Los Angeles und tue, was man an Flughäfen gemeinhin tut. Ich langweile mich. Schnell ziehe ich mein Handy aus der Tasche und fange an, lustige Apps herunterzuladen. Hahaha. Jetzt habe ich einen großen roten Knopf auf dem Touchscreen und wenn ich da drauf drücke, spielt mein Handy einen dramatischen Tusch. Witzig, nochmal. Witzig, nochmal. Mir ist langweilig. Ich blicke mich um. Alle Leute in meiner unmittelbaren Umgebung starren mich irritiert an. Mir ist langweilig, sage ich zur Erklärung. I'm bored. Alle nicken verständnisvoll. Ich beginne zu singen. Bored in the USA. I am bored in the USA. Jetzt gucken wieder alle irritiert. Ein Sicherheitsmann kommt auf mich zu. Sir, please don't disturb the other passengers, sagt er. Why don't you keep quiet? Because I'm bored, I'm bored, I'm really, really bored. You know I'm bored, I'm bored, I'm really, really bored. And the whole world has to answer right now just to tell you once again, who's bored. Are you Mr. Kling? fragt der Mann. How do you know? frage ich irritiert. I understand. You are the comedian. Very funny. Well, thank you, sage ich. You are the worst comedian I've ever heard of, sagt der Mann im Weggehen. But you have heard of me, rufe ich. Mein Handy klingelt. Im Display steht, rufen und me unterdrückt. Ich gehe ran. Was gibt's? frage ich. Hast du gewusst? fragt das Känguru am anderen Ende der Leitung. Dass es in den USA früher viele Ortsstraßenbahnen gab, nicht nur in New York und San Francisco, zum Beispiel auch hier in Los Angeles. Im Jahr 1921 allerdings setzte Alfred P. Sloan, damals Präsident von General Motors, eine neue Geschäftsstrategie durch, heute bekannt als die General Motors Streetcar Conspiracy. Kurz gesagt sollten innerstädtische Verkehrsbetriebe dazu gezwungen werden, ihre Straßenbahnen zu verschrotten und durch Busse zu ersetzen. Betriebe, die weder durch ökonomischen Druck noch durch Bestechung klein zu kriegen waren, wurden einfach von National City Lines aufgekauft. Eine Tarnfirma, hinter der neben General Motors weitere Straßenbahnfreunde wie Firestone Tire und Standard Oil steckten. GM profitierte doppelt vom Ersetzen der Straßenbahnen durch Busse, da erstens diese Busse natürlich von GM gebaut wurden und zweitens der öffentliche Personennahverkehr so nervend und unzuverlässig wurde, dass alle Amerikaner bei GM Autos kauften. Diese Autos stehen seitdem alle mit den Bussen im Stau und kurz gesagt führte das alles dazu, dass man heutzutage hierzulande als Fahrgast im ÖPNV leicht dem Glauben erliegen kann, man würde sich mit jeder Minute weiter von seinem Ziel entfernen. Kommst du zu spät, frage ich. Spät? Fragt das Känguru. Vielleicht, aber zu spät. In Relation zu welchem Ereignis denn? Zu spät in Relation zur Abflugzeit unserer Maschine. Aha. Sagt das Känguru. Nun gut, dann muss man wohl sagen, ja, zu spät. Ich stöhne und massiere meine Schläfen. Buchst du schon mal neue Tickets? Fragt das Känguru. Was hast du denn den ganzen Morgen gemacht? Frag ich. Hast du überdies gewusst, dass auf dem ganzen sogenannten Walk of Fame weder Bud Spencer noch Terence Hill einen Stern haben? Was war das? Fragt das Känguru. Ohne zu antworten, lege ich auf. Wir machen Urlaub in Brüssel. Mache ich. Seit ich zu Mittag die Bio-Brause Süßkartoffel-Kräuterquark getrunken habe, habe ich Schluck auf. Mache ich. Hilf mir, mach, dass es aufhört. Du musst mich erschrecken. Kein Problem. Sagt das Känguru. In der Innenstadt von Brüssel gibt es inzwischen mehr Lobbyisten als Menschen. Was? Frag ich. Das ist doch erschreckend. Sagt das Känguru. Ein Schluck auf ist weg. Wir biegen um eine Ecke und sehen den Sitz der Europäischen Kommission. Die ganze Straße lang stehen Männer und Frauen wartend herum. Ein Typ im Anzug spricht uns an. Guten Tag. Ich habe einen Sitz im EU-Parlament in Straßburg. Sagt er. Und hätte gerade Kapazitäten frei, das Anliegen Ihrer Lobbygruppe zu unterstützen. Aber Sie kennen uns und unser Anliegen doch gar nicht. Sagt das Känguru. Oh. Sagt der Mann. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsame Interessen haben. Er deutet auf den schwarzen Koffer, in dem ich mein Handgepäck herumschleppe. Eine Frau im Businesskostüm nähert sich uns. Hau bloß ab, Schätzchen. Das ist meine Ecke. Sagt unser Parlamentarier. Er wendet sich wieder zu uns. Einen Vorschlag einbringen mache ich für 50. Durchboxen ab 100.000. Perverser Scheiß kostet natürlich extra. Perverser Scheiß? Frag ich. Ihr wisst schon. Sagt der Mann. So Nummern mit Waffen oder Medikamenten und so. Nein, nein. Sag ich. Unsere Auftraggeber möchten nur, dass sie ein Gesetz durchboxen, das alle Parlamentarier unter Androhung von Strafe dazu verpflichtet, jegliche Nebenjobs, Nebeneinkünfte und sonstige Lobbybeziehungen sofort und vollständig offen zu legen. Völlig geschockt blickt mir der Mann ins Gesicht. Dann fängt er an zu lachen. Für eine Sekunde, Dati, Sie meinen das ernst? Sagt er kichernd. Sehr witzig. Als ob die Kollegen so einem Gesetz jemals zustimmen würden. Er wischt sich eine Lachträne aus dem rechten Auge. Also, was kann ich wirklich für Sie tun? Ich möchte Sie bitten, ein Gesetz vorzuschlagen, das verlangt, dass EU-weit in allen Radiostationen aus Bob Dylan-Lieder die Mundharmonika herausgefiltert wird. Sagt das Känguru und gibt dem Mann mein Handgepäck. Ich hole ihm in meinen Koffer zurück. Wir gucken erst mal, ob wir die Kollegin da hinten billiger bekommen. Als wir im Zug zurück zum Flughafen sitzen, sage ich. Stell dir nur mal vor, wenn wir scheißreich wären, was wir uns für tolle Gesetze kaufen könnten. Wenn wir scheißreich wären, sagt das Känguru, wären wir mit den Gesetzen, die es gibt, wahrscheinlich ganz zufrieden. Wir sitzen in einem Café, einer großen Kaffeekette und trinken Kaffee. Guck mal, sage ich. Das ist lustig. Auf die Pappbecher sind schlaue Zitate draufgedruckt. Ich habe Zitat Nummer 246. Ich zeige dem Känguru meinen Becher und es liest. Wir sind die erste Generation in der Geschichte, welche die extreme Armut abschaffen kann. Das ist unser Glück, unsere Herausforderung und unsere Verantwortung. Jeffrey Sachs. Das Känguru blickt mich an. Was ist daran lustig? fragt es. Das Kleingedruckte unten. Das Känguru liest vor. Das ist die Meinung des Autors und nicht notwendigerweise die Meinung von Starbucks. Es ist nicht schön, wenn die PR-Abteilung und die Rechtsabteilung so wunderbar Hand in Hand arbeiten, frage ich. Ich finde, andere Konzerne sollten das übernehmen. Zum Beispiel, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Antoine de Saint-Exupéry. Das ist die Meinung des Autors und nicht notwendigerweise die Meinung von Vielmann. Nicht notwendigerweise die Meinung. Das ist so feige, sagt das Känguru-Kopfschüttel. Das regt mich wirklich auf. Entweder man macht eine Ansage oder man hält die Klappe. Aber eine Ansage zu machen und sich dann sofort vorsorglich davon zu distanzieren. Bäh! Diese Distanzierungsmanie ist ja eine regelrechte Krankheit. Sich bloß nicht auf irgendetwas festlegen lassen. Das zieht sich schon durch alle Lebensbereiche. Die Leute sagen ja nicht mal mehr, ich liebe dich. Die sagen, ich liebe dich. Bitte beachte die Fußnote. Und in der Fußnote steht, Liebe ist ein hormonell bedingter Zustand und unterliegt als solcher naturgemäß Schwankungen. Dies ist also eine zeitlich begrenzte Schätzung und mit keinerlei Rechtsansprüchen verbunden. Alle Ereignisse und Personen in dieser Aussage sind fiktiv. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig. Keine Tiere kamen beim Sprechen dieses Satzes zu Schaden. Ich hätte große Lust, den Leuten voller Kanne gegen das Schienbein zu treten und danach zu sagen, äh, ich distanziere mich hiermit von dem Tritt gegen das Schienbein. Bäh! Weißt du, was passiert, wenn man sich immer alle Türen offen hält? Dann zieht's, mein Freund. Dann wird man krank. Diese verblödete Wischi-Waschi-Kultur. Die Welt ist echt voll von Arschlöchern. Rechtlich abgesicherten Arschlöchern. Dies ist nur die Meinung des Kängurus und entspricht nicht notwendigerweise der Meinung der Fritz-Redaktion. Wir stehen in einer langen Schlange vor einem Burger-Laden. Warum bist du Vegetarier geworden? Fragt das Känguru. Wer meinen fragen darf. Warum wohl? Frage ich zurück. Ich esse kein Fleisch mehr aus all den richtigen Gründen. Also, willst du deine Chicken Nuggets? Ich esse kein Fleisch. Auch kein Hühnchen? Nein. Auch nicht ganz mageres Fleisch? Letztens hatte ich bei einem Verwandtschaftstreffen ein ähnliches Gespräch, das damit endete, dass mir meine sehr, sehr fette Gesprächspartnerin erklärte, ich würde mich ungesund ernähren. Und Wurst isst du auch nicht mehr? Weißt du, was mich interessiert? Frage ich. Würdest du eigentlich Känguru-Burger essen? Nein, sagt das Känguru und überlegt kurz. Menschenbürger allerdings. Aber Menschen sind keine gefühllosen Dinge, rufe ich empört. Sie bilden komplexe soziale Gesellschaften, haben eine Persönlichkeit und empfinden Trauer, Glück oder Schmerz genau wie ihr Tiere. Keine Panik, sagt das Känguru. So faul wie du immer rumhängst, musst du dir keine Sorgen machen. Von Gammelfleisch halte ich mich fern. Dir ist schon klar, dass die meisten Menschen in viel zu kleinen Käfigen gehalten werden, kaum Auslauf bekommen und beim Transport enormem Stress ausgesetzt sind. Gerade in Berlin, sagt das Känguru, ständig diese Ungewissheit. Fährt die S-Bahn, fährt sie nicht? Würdest du auch Fleisch aus Massenmenschhaltung essen? Nein, ich würde natürlich darauf achten, dass ich nur Menschen aus Freilandhaltung esse, sagt das Känguru. Zum Beispiel so einen saftigen Rinderbaron aus Argentinien. Und dass für dessen Hacienda hektarweise Regenwald abgeholzt wird, ist dir egal. Und die Umweltbelastung durch den Transport. Wenn es dir lieber ist, kann ich auch gerne nur Menschen aus der Region essen, sagt das Känguru. Ein Hamburger zum Beispiel oder ein paar Frankfurter, ein paar Deutschländer, lecker. Du weißt, dass die alle mit Antibiotika vollgepumpt sind, frage ich. Fast die Hälfte der Weltjahresproduktion an Antibiotika wird Menschen verabreicht. Das Zeug isst du mit? Ja, ja, sagt das Känguru. Dadurch entstehen Resistenzen mit potenziell katastrophalen Folgen. Siehst du, du weißt es. Hättest du denn etwas dagegen, wenn ich an einem fair gehandelten Bio-Bauern aus der Uckermark knabbere? Fragt das Känguru. Sagen wir einmal die Woche. Guten Appetit. Endlich sind wir an der Reihe. Ich hätte gerne einen Big Mac, sagt das Känguru. Sie sind hier bei Burger King, sagt der Junge hinter der Theke. Sie müssen sich ein Produkt aus der Karte über mir aussuchen. Ach so, sagt das Känguru. Ach, sagen Sie, haben Sie eigentlich auch Burger mit Menschenfleisch? Äh, kann schon sein, sagt der Junge. Keiner hier weiß genau, wo unser Fleisch herkommt. Aber wenn Sie etwas Besonderes wollen, wir haben gerade unsere Australian Weeks. Ich kann Ihnen einen Down-Under-Burger anbieten mit garantiert 50 Prozent. Der Junge blickt das Känguru an. Koala-Fleisch, sagt er. Boah, wie widerlich, sagt das Känguru. Das schmeckt doch bestimmt total nach Eukalyptus. Wir machen mal wieder Urlaub. Das Känguru wollte auf Kreuzfahrt gehen. Vor 20 Minuten hat unser Schiff abgelegt. Das Känguru kotzt über die Reling. Bist du seekrank, frage ich. Noch eine unnötige Frage und ich knüpfe dich an den Hauptmast. Das ist kein Segelboot. Dann stecke ich dich eben in die Schiffsschraube. Diese latente Gewaltbereitschaft, sage ich. Daran musst du wirklich arbeiten. Das Känguru kotzt nochmal über die Reling. Fische füttern, heißt das ja im Fachjargon, sage ich. Was ist dein Lieblingsseemannsausdruck? Jemanden über die Planke gehen lassen. Immer locker bleiben, sage ich und blicke auf die Uhr. Ich habe mit einem von der Crew gesprochen. Der Mann hat mir versichert, die Fahrt dauere nur noch 39 Minuten, 23 Stunden, 4 Tage und 5 Wochen. Das Känguru stöhnt. Kommst du mit was essen? Frage ich. Das Känguru antwortet nicht. Ach, Entschuldigung, eher nicht, wa? Doch, ich komme mit, sagt das Känguru. Ich brauche Wasser. Wir gehen unter Deck. Da ist ein Nordsee, ein Nanulana und ein geschlossener Schlecker. Gegenüber öffnet gerade ein neuer Frozen-Joghurt-Laden. Wir gehen in eines der großen Restaurants und setzen uns an einen freien Tisch. Irgendwann kommt der Kellner. Ich hätte gerne den XXXL-Eisbecher für zwei, sage ich. Aber nur ein Besteck. Und dazu bitte noch den New York Cheesecake mit frittiertem Schokoriegel. Der Kellner will gehen. Und ein Glas Wasser, bitte. Krächzt das Känguru. Was? Fragt der Kellner. Wasser, Wasser. Krächzt das Känguru. Butter, Aqua, Oh. Mit oder ohne? Fragt der Kellner. Hä? Kohlensäure. Egal. Egal, gibt's nicht, sagt der Kellner. Mit oder ohne? Mit. Stöhnt das Känguru. Wir haben nur ohne. Dann halt ohne. Groß oder klein? Egal. Egal, gibt's nicht. Groß. Groß ist eine ganze Flasche, sagt der Kellner. Wollen Sie wirklich eine ganze Flasche? Egal. Egal, murmelt das Känguru. Ja, wie nun? Ja oder nein? Ich kotze dir gleich auf die Füße, sagt das Känguru, woraufhin der Kellner beschließt, dass es wohl doch egal sei. Nach einer Weile kommt er wieder mit meinen Süßspeisen, aber ohne das Wasser. Das Känguru legt seinen Kopf auf den Tisch. Ich sterbe jetzt, sagt es. Willst du ein Stück von dem frittierten Schokoriegel, frage ich. Ich bockse dich gleich in den Bauch. Dieser Double Cheese Chili Burger mit Bacon, Spiegelei und extra Zwiebeln, den du vor der Abfahrt gegessen hast, sage ich. Ich glaube, auf den hättest du verzichten sollen. Das Känguru boxt mich in den Bauch. In dem Moment hebt eine große Welle das Schiff an. Mein Magen besucht mein Zwerchfell und ich blicke mich panisch nach einer Kotztüte oder etwas ähnlichem um. Ich finde etwas ähnliches. Fassungslos starb mich das Känguru an. Untersteh dich! It's Friss!